So, also, Norbert und Heike, mal sehen, was sie da geschickt haben. Siehst du vorbei, das warnt Hashtag, man holt uns immer treu. Ah, das ist doch was anderes. Mein lieber Scholli, heute wieder ein Bierchen von der lieben Luzi, ein Wibbitz, alkoholfrei, naturtrüb, dann gucken wir mal, was das geblieben hat, Klaas war auch von der Luzi, war in der Verpackung. Upsa, hab ich fast umgeschmissen. Der eine Tarif, der klingt ganz nett, doch plötzlich wird's im Kopf komplett. Soll ich hier laden oder dort werde ich je an diesem Ort. Oh, Elektroauto, gib mir Kraft in Tarif. Vielen Dank, Luzi. Prösterchen auf die österreichischen Freunde. Ich sag's mal so, da fehlt die Geheimzutaten. Oh, Elektroauto, gib mir Kraft. Da muss ich nachher nochmal nachkippen. Prost auf euch. Ich hoffe, ihr habt auch was zu trinken. Mein treuer Sport. Also, ich seh grad, die Heike ist auch da. Ich weiß nicht, ob der Norbert auch da ist. Norbert, ich hab dir grad eine B geschrieben. Also, vielen Dank nochmal für diesen Song. Ich weiß nicht, wessen Geschmack das treffen soll, ja. Meinen Geschmack trifft's nicht und ich hab halt das Problem, lieber Heike, lieber Norbert, Lizenzen, ne, und ich hab ja jetzt einen Suno Pro Account, ne, für ein Jahr erstmal geboot, damit ich Musik ohne Ende machen kann. Und da bin ich halbwegs auf der sicheren Seite, dass die Rechte dann auch mir gehören. Was in Zukunft mit solcher Musik passiert, keine Ahnung. Wenn sowas mal zu einem Hit werden sollte, also das ist nicht unbedingt meine KI-Lieder da, sondern wenn irgendein Produzent mal mit so einem KI-Lied einen großen Erfolg feiert, da wird man sehen, wie das auch mit den Rechten in Zukunft sein wird. Ob sich da die Künstler auf die Hinterbeine stellen werden und sagen werden, ne, ne, da sind ja Teile von meinem Song drin, das hört sich eh nicht an. Muss man alles abwarten, ne. Also von daher, also Eckart sagt, sein Geschmack trifft's auch nicht. Norbert ist auch da. Also Heike, wie gesagt, lieber Heike, lieber Norbert, es wird auch irgendwann in der nicht allzu fairen Zukunft sicherlich einen Smart-Hashtag-One-Song geben. Auch einen Hyundai-Song. Kommt Zeit, kommt Song. Ja, aber immer mit einem Twist von mir. Es gibt also immer vom, ja, von hinten ein Messer in den Rücken für die entsprechende Fraktion, außer bei BMW. Da kommt am Sonntag auch die neue Hymne, ne. Also ich sag erst mal einen wunderschönen guten Abend. Lieber Uwe, Helge, Roman ist da, unser, ne, der ist jetzt Augeschass, der ist arbeitslos. Im Roman, sein Job wurde durch die künstliche Intelligenz wegrationalisiert. Der kann jetzt hier kein Geld mehr verdienen als Komponist, Songwriter, Sänger, Interpret, ähm, äh, äh, Instrumentalist, et cetera, et cetera. Der spielt jetzt wieder auf diversen, äh, Jahrmärkten und auf, ähm, ähm, wie nennt man das? Auf, auf, auf Stadtmärkten und auf Vorplätzen von irgendwelchen Einkaufszentren, ne, am Idealfall an Ladesäulen und hat da vor sich sein, sein, sein Hütchen liegen und, äh, muss damit, äh, seine Musik und seine Leidenschaft praktisch finanzieren. Es tut mir auch leid für den Roman, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken, der hat viele ganz tolle Songs beigesteuert, aber ich möchte halt die Songs euch auch zur Verfügung stellen können, möchte relativ sicher sein, dass, äh, ähm, ich mit den Lizenzen, also mit den Rechten keine Probleme bekomme und wenn die Abos sich vielleicht sogar durch die Streams auf Apple, auf Amazon, auf Spotify, auf YouTube halbwegs refinanzieren, sodass ich plus minus null rausgehe, dann habe ich immer eine eigene Musik, ähm, Datei oder Datenbank, ne, aus der ich schöpfen kann, hat immer einen Bezug zum Kanal und ist dann auch noch ein bisschen unterhaltsam, ne, und am Sonntag, das sehe ich jetzt schon, zur BMW-Hymne, der ein oder andere Tesla-Fahrer wird sich aufregen. Also, Dirk ist da, der Kai, Anton, Chris, Norki, wie gesagt, die Heike ist da, Helge, Jarovka ist da, der Mann, der mir den, äh, Zerwanst, also die Ziehharmonika geschickt hat, äh, Robert ist da, Marcel, Albert, Lukte ist der Gartner, Wolfram ist da, freut mich, dass du da bist, Wolfram, ich hoffe, es geht aufwärts, jetzt, äh, Nero-Driver, Sven, äh, Wippel-Dippel, Alter, Aue, etc., etc., also seid gegrüßt, natürlich der Norbert auch nochmal ganz besonders, wie gesagt, Norbert, ich hab dir schon eine Mail geschrieben, hab's versucht, ein bisschen zu erklären, ich hoffe, dass ihr es mir nicht übel nehmt, ich verzichte also auf das Abspielen von Zuschauer-KI-Musik, wenn natürlich jemand was selbst komponiert, selbst einspielt, selbst einsinkt, ja, und es noch nicht ganz so schrecklich sich anhört, dass jetzt dann auch Katzen und Hunde vor Schreck sich unter das Sofa verziehen, dann spiel ich das vielleicht nochmal, ne? Also, haben wir das geklärt, äh, die Elektro-Heike ist auch da, unsere, äh, du bist ja im Urlaub, Heike, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, die Heike müssten im Urlaub sein, ich glaub, die hat ein bisschen was gepostet, das im Urlaub ist, also, einen wunderschönen guten Abend, ach, wenn es der BMW, wenn es dem BMW-Fahrer gut tut, in einem fiktiven Song, nee, nee, das ist ein Song, der zu 100% in der Realität verankert ist, mit beiden Füßen auf dem Realitätsboden steht, das wird halt von den delusional Tesla-Treibern nicht anerkannt, aber ich mein natürlich dich nicht damit, Uwe, auf gar keinen Fall, ne? Ist ja ganz klar, mein ich den Uwe damit? Nein, natürlich nicht, ne? Ganz klar, übrigens, habt ihr das gesehen, das hier sieht aus, als, warte mal, wo ist es da? Das sieht ein bisschen aus, als sei es nur ein, ja, wie soll ich sagen, ne Grafik, ne? Ist es aber keine Grafik, guck mal, kann ich anfassen, kann ich wackeln, ist tatsächlich ein Licht, ne? YouTube hat an die Top 50 YouTube-Kanäle in Sachen Content-Qualität diese Auszeichnung versandt. Und ich war einer von 50 Kanälen. Da ging es also nicht um Reichweite, nicht um Viewzahlen, sondern nur um die Qualität des Contents. Und ich wurde unter die 50 besten YouTube-Kanäle, was die Qualität des Contents angeht, gewählt. Praktisch von einem großen Gremium, bestehend aus über 500 YouTube-Verantwortlichen und anderen Kreativen. Also mit anderen Worten, ich glaube, Beyoncé war auch mit dem Gremium mit dabei. Das ist also die Auszeichnung für die hervorragende Arbeit, die ich in den letzten 5 Jahren und darüber hinaus geleistet habe. Also ich rauche gerade Schrums, sagt der Uwe, bin da ganz im Hier und Jetzt. Schrums ist nichts für euch, liebe Freunde, dabei handelt es sich um Drogen. Keine, macht den Drogen und deshalb auch immer alkoholfreies Bier, der Access-File ist auch da. Kann man nicht verhindern, der schleicht sich immer wieder im Chat. Na, amt Access-File. Ich habe auch schon einen Short, habe ich auch schon fertig. Das kommt am nächsten Mittwoch und darunter lege ich dann die BMW-Hymne. Könnt ihr euch drauf freuen. Wird auch ein Short, wo sich ein paar drüber aufregen und so, ja wie soll ich sagen. So Leute wie, ich kann euch mal wieder einen Kommentar zeigen, ich zeige euch mal wieder einen Kommentar. Aber heute unter, habe ich auch angepennte, Andi schreibt mir dann, weil ich in einem Kommentar geschrieben habe, Kreditkarte, Zahlung muss möglich sein und so weiter und nicht dazu geschrieben habe, Kreditkarte und Debitkarte. Da schreibt er mir, du betonst immer nur die Kreditkarte. Das ist mal ein Kommentar, wo ich dann schreibe Debitkarte und dann kriege ich wieder so einen Kommentar gedrückt. Das kommt einem vor wie die Sprachpolizei. Man wird andauernd kontrolliert und wehe, da fehlt das Wort Debitkarte oder Schirokarte. Zack, hast den Kommentar, du musst aber auch Schirokarte dazu sagen. Es ist, es ist echt so nervig und das hier ist auch so ein Kommentar, wo, der passt wieder voll rein. Achtung, ich zeige euch das mal, mal sehen wo es ist. Mal gucken, ich finde es hoffentlich gleich, ein Augenblick, ich habe es gleich. Hier, wieder das gleiche, Punkt A, schwarzer Bildschirm, geht ja gar nicht, Kanalkommentare. Hier, BasslerBass schreibt unter das Video, sorry, einzig seriöse Quelle, das ist so nicht richtig und auch gegenüber deinen anderen E-Auto-YouTube-Kollegen unfair. Ja, etwas mehr Sportlichkeit. Dann schreibt der Norbert, vielen Dank Norbert, nicht unser, ich glaube nicht unser Norbert, oder ist es jetzt hier der Norbert, der auch den Song gemacht hat? Ich weiß nicht, ob es identisch, nee, das dürfte, nee, ist nicht der Norbert, ist ein anderer Norbert. Bei mir steht auf dem Bildschirm, Aussage enthält Spuren von Ironie. Hm, was das wohl bedeutet, dann schreibe ich dem Norbert, keine Zeit verschwenden, Norbert ist es zwecklos. Und dann schreibt hier der BasslerBass so nach dem Motto, oh, da habe ich ja Mist geschrieben, tut mir leid, das habe ich gar nicht kapiert. Und es ist ja auch offensichtlich, du greifst ja nur auf Quellen aus dem Internet zurück. Du kannst ja auch nicht seriöser sein als die Quellen aus dem Internet. Also, dass diese Aussage nur als Spaß gemeint sein kann, müsste sich jedem erschließen. Mir hat auch vor ein paar Wochen jemand drunter geschrieben, liest nur aus Internetquellen vor und sagt, er ist die seriöseste Quelle im Internet. Natürlich, das ist ein Witz, das ist Ironie, Selbstironie, aber alter, es gibt echt Leute, die gehen, also die müssen ja drüber lachen, müssen es nicht witzig finden. Aber die müssen doch nicht dann noch kommentieren, was eigentlich die Pointe sein soll, oder in dem Fall, dass ich ja gar nicht die einzig seriöse Internetquelle bin, was Elektromobilität angeht. Dann schreibt er zwecklos, würde ich nicht sagen, doch zwecklos, du kapierst meinen Humor nicht. Ist ja auch nicht schlimm, mach was du willst, guck woanders, aber kommentier nicht unter meinen Videos so ein Kram, kann mich aufregen. Aber dieser ironische Witz zündet nicht, er zündet für dich nicht, Bassler Bass. Es ist nicht dein Humor und das ist ja auch in Ordnung, zieh weiter, guck meine Videos nicht und quatsch mich nicht voll in den Kommentaren. Es ist einfach nur schrecklich. Da im Grunde ja viele deiner Meinung sind, wäre es vorteilhaft, die Kollegen aktiv ins Boot zu holen. Nee, warum? Ich mach mein Ding, Bassler Bass, und ich brauch von dir keine Tipps, ich mach's so, wie ich will. Und dann werden mir wieder welche sagen, du bist arrogant. Nee, ich mach das hier, weil ich es genauso machen will, wie es mir gerade in Kram passt. Und wenn ich morgen früh aufwache, hoffentlich wache ich morgen früh auf und sage, jetzt mach ich's ganz anders, dann mach ich's ab da ganz anders. Und ich lass mir von keinen Vorschriften machen, auch nicht von irgend so einem Internetkommentator, der meint, seine Meinung sei das Allerwichtigste. Gehst du auch zu deinem Bäcker und sagst dir, das Brot musst du aber anders backen. Dann nimmt der so einen Teig oder so ein Brat, wie heißen die, so ein Blech, wo Brötchen draufkommen, so ein Brötchenblech, und haut's dir mal ordentlich um die Ohren. Das gibt's wirklich nur bei YouTube und sowas. Je mehr Leute mitmachen, umso besser. Als zum Beispiel, ich weiß nicht, ob er die Petition anspricht, da kann jeder mitmachen, auch wenn er mich nicht mag. Da geht's nur um die Sache, um nichts anderes. Aber gut, ich reg mich da über Sachen auf, über die man sich gar nicht aufregen sollte. Unter 70, aber der ist aktuell. Ich hab nämlich jetzt die Entwickleroption hier angemacht, ne? Und jetzt geht der Bildschirm, wenn er lädt, sieht man es? Geht nicht mehr aus, aber ich glaub, sieht man nicht, dass er noch an ist, ne? Sieht man es? Nee, man kann's kaum erkennen, vielleicht könnt ihr das... Doch, da könnt ihr das ein bisschen sehen, da steht die 65. Das heißt also, der Puls sollte jetzt auch während des Streams aktuell bleiben. So, ich finde immer die Kommentare klasse, die am Titel eines Videos rummeckern. Das sei ja gar nicht richtig, ohne offensichtlich das Video geguckt zu haben. Es gibt so viele Kommentare, wo man, ja, nur mit dem Kopf schütteln kann. Und vor allen Dingen, es gibt dann Kommentatoren, die einem YouTube erklären wollen. Dass ich YouTube nicht richtig verstanden hab und es nicht richtig mache, steht außer Frage. Das gebe ich zu, dass mein Gesicht eigentlich eher ins Radio gehört, gebe ich auch zu. Dass ich immer am Renten bin und dass viele aufregt und uns sympathisch finden, gebe ich auch zu. Aber ich lebe damit. Ich will's nicht ändern. Ich muss nicht ein MrBeast werden. Ich weiß nicht, wer von euch den verfolgt, der jetzt auch Probleme hat, weil einer seiner jahrelangen Freunde, der in seinem Kanal mitgemacht hat, wohl Minderjährige mit unangemessenen Nachrichten mit schmuddeligem Inhalt versorgt hat, weil der jetzt halt auch vor dem Internetprang aussteht, wird auch MrBeast darunter leiden. Ich wäre jetzt für ein Flöten-Solo von Michi, liebe Heike, ich werde keine Flöte mehr anpacken in meinem Leben. Also das müsste schon eine besondere Ausnahme sein. Da habe ich echt keinen Bock mehr hier drauf. Also diese Flöte-Spielerei, das war nur für den Jarovkar, weil der halt den Witz gemacht hat. Und hätte ich den nicht angenommen, dann hätte ja alle gesagt, der hat ja nur eine große Klappe. Und so wisst ihr ganz genau. Wenn ich was sage, dass ich was perfekt kann, dann kann ich es auch perfekt. An dieser Stelle ein Prost auf den Jarovkar und seinen Zerrwanst. Herr Ex-Westfale natürlich wieder, Moment. Er schreibt, Heike, bitte nicht. Ich sehe, ob ich es nochmal hinkriege. Ein Augenblick. Nur für dich, Ex-Westfale. Ähm. So, das war nur für dich, Ex-Westfale. Aua, schreibt der Martin. Mein Biber, was? Mein Biber, was? Mute. Der Zentralrad der Flötisten ist immer noch geschockt. Bist du ein, ein, ähm, wie heißt das, wenn man... Ah, ich weiß nicht, wie das heißt. Es gibt dir den Zentralrad der Juden. Und wie heißt das? Bist du ein Anti-Flötist? So ist es richtig. Genau, du bist ein Anti-Flötist. Die Löcher in den Socken sind verschwunden, sagt der Ex-Westfale. Die Löcher in den Socken? Du trägst doch gar keine Socken. Das geht ja gar nicht, weil der so einen Pelz am Fußrücken hat. Da gehen keine normalen Socken drüber. Micha, unser Flödenking. Genau. C-Reich hat gerade mal 200 Bits gechiert. Vielen Dank, C-Reich. Machen wir dann natürlich alles wieder konzertiert bezüglich Michi-Stütz. So. So schön. Danke, Jarof K. Nero Traver, das halte ich nicht aus. Ich gehe lieber wieder arbeiten. Wird jetzt Ben zum Staatsakt, ähm, äh, zum Staatsakt im Single, äh, im Sinne, dass der, ähm, der, die Staat... Ne, nicht Staatssicherheit heißt der nicht. Dass der Verfassungsschutz nach mir guckt, weil ich es mir herausnehme, die nationale Leitstelle für Ladeinfrastruktur durch den Kakao zu ziehen, bin ich mir nicht sicher. Toll geflötet. Danke, lieber Wolfram. Und wenn das zu deinem Genesungsprozess beiträgt, lieber Wolfram, dann war es den Aufwand wert. Wieso werde ich von dem übel aussteh... aus... 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 dem übel aussehenden Kerl aus der Rhön gemobbt? Welcher übel aussehende Kerl? Skandalfrechheit. Flötophobie oder so. Okay. Also. Bestimmt... Oh. Was ist denn hier passiert? Hier hat jemand gekleckert. Moin, ich muss gerade einen Lappen holen. Hier ist irgendwas... hier ist was schiefgegangen. Oh, oh. Oh, ich glaube, das Käse ist auch nicht ganz hygienisch. Jetzt habe ich das abgeleckt, aber egal. Aua! Blödes Ding! Das hat doch der Ex-Westfale extra so hingestellt, damit ich drüber stolper. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. So. Okay. Müsste wieder halbwegs vernünftig stehen. Jawohl. Haben wir wieder hingekriegt. So. Ist gefährlich mit Bier trinken während des Streams, ne? Weil gleichzeitig einschenken und streamen, das beherrscht eigentlich keiner. Wenn einer nah an die Perfektion kommt, bezüglich einschenken und streamen, dann bin ich das. Aber hier habe ich jetzt sogar mal, ich versage, ne? So. Lappen weg. Okay. Ein Lappen holte Lappen. Ganz toll. Sehr, sehr witzig. So, liebe Freunde. Ich hole jetzt erstmal den Discord mit dazu, denn ich sehe, auch da haben sich wieder treue Zuschauer, treue Begleiter des Kanals versammelt. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Discord. Wollt ihr mal Hallo sagen zum Chat? Hallo. Hallo. Hallo, Chat. Hallo, Chat. Allen einen guten Abend. Hallo. Guten Abend, Chat. Guten Abend, grüß euch. Bum, 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 bum. Also, einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Und ich sehe auch, der Otto ist da, unser Österreich-Star. Hat mir übrigens auch einen Österreicher unter das Zusammenfassungsvideo zu unserer Challenge geschrieben, dass ich ja das mit den natürlich Österreicher, das sage ich ja in dem Video, herausgefordert und Shit-Talker und so weiter. Und da sagt er, das ist unsympathisch, dass ich da die Österreicher so schlecht kommentiere. Hat er auch wieder nett verstanden, dass das ja eigentlich nur Spaß ist und ich natürlich die Österreicher mag. So unterentwickelt das Land und die... Oh, jetzt muss ich vorsichtig sein. So unterentwickelt das Land auch sein mag. Lieber Otto, eine Frage an dich. Ich hatte dich ja mal... Ich überfall dich jetzt ein bisschen. Ich hatte dich ja mal angesprochen, dass ich an die Nordschleife fahren will mit dem IONIQ 5N, der am Montag bei mir vor der Tür stehen sollte. Ich würde den 3. August vorschlagen wollen. Das ist ein Samstag. Und ich hatte den Otto gefragt, ob er Lust hat, den kurzen Weg aus... Was ist das? Niederösterreich? Nee. Also, er wohnt ja fast an der ungarischen Grenze, ne? Ob er den kurzen Weg von Ungarn bis an die Nordschleife, bis ans Bründchen, ob er den auf sich nehmen will, weil ich würde da gerne ein paar Paddleräts auch mal an die Autos setzen. Nicht fahren. Ich habe Junder gefragt, ich darf nicht auf der Nordschleife fahren, wenn er Touristen fahren und das respektiere ich natürlich. Na? Erstens, wenn du West-Ungarn sagst, bist du näher als ich mit Niederösterreich. Okay. Und ja, also am Samstag möchtest du hochfahren. Ja, also, weil sonst habe ich ja immer Termine, weißt du? Ja. Freitag ginge auch? Freitag? Wenn dir Freitag lieber wäre? Ich muss mal schauen. Ich glaube, ich habe irgendwann, kann es sein, dass ich am Freitag noch ein Motorrad zu machen habe. Okay. Du kannst mir ja nochmal Bescheid geben. Ich würde halt gerne am Sonntag das schon bekannt geben, damit auch, falls noch jemand kommen will. Also, ich weiß zum Beispiel, der Thorsten hat gesagt, er würde gerne mal vorbeischauen. Falls da jemand vorbeikommen will, können ja auch wieder irgendwo dann am späten Abend was essen gehen, ne? Und uns dann wieder auf den Heimweg machen, wobei für den Autos natürlich ein Riesenaufwand, ne? Also, ich habe ihn halt gefragt, aber ich verstehe auch, wenn du sagst, Michael, das ist zu viel Aufwand. Ich würde es nicht machen. Also, ich kann ja im Zwischenstopp in den eigenen Zellrädern machen, weil dem wird es nicht gehen. Okay. Also, kannst du ja mal überlegen. Wie gesagt, ich kann es voll nachvollziehen, wenn dir der Aufwand zu groß ist, weil es ist ein Riesenaufwand, muss man ganz klar sagen. Ich wollte gerade schon sagen, mit einem Journalistenauto auf die Nordschleife, nein, Uwe, ich habe gefragt. Ich habe angerufen und habe gesagt, ich würde gerne, ich kenne Ihre Antwort schon, aber ich muss fragen. Und dann meinte auch die Dame von der Testwagenflotte, nein, das können wir nicht machen, weil wir dafür auch schon keine Versicherung bekommen. Und das verstehe ich auch und das respektiere ich auch. Aber fragen muss man das, weil es ja eigentlich ein Nordschleifen, ja, Tool ist, der Hyundai Ioniq 5N, ne? So, Nino hat die Lampe auch von YouTube. Das kann nicht sein. Okay, ich habe mit gespaltener Zunge geredet, nicht für die besten 50, eher für die ersten Tausend. Picard, musst du das hier verraten? Hat der Nino echt auch die gleiche da stehen? Okay, dann bin ich aufgeflogen. Die an der neuen Plattform teilnehmen. Die an der neuen Plattform? Was für eine neue Plattform? Nee, es ist keine neue Plattform, Picard, sondern es wurde einfach eine Nachricht rausgeschickt an deutschsprachige YouTuber wahrscheinlich, dass sowas verschickt werden kann und die ersten Tausend, die kriegen so eine Lampe. Und da habe ich natürlich sofort eine Mail geschrieben. Ich wollte gerade schon, ja, das hatten wir schon, genau. To Felix Austria. To Felix Austria? Was soll das heißen? Keine Ahnung, vielleicht ist das Latein. Genau das dachte ich mir, schreibt der Uwe Michi auf der Nordschleife. Oh Gott, was denn für eine neue Plattform? Weiß ich auch nicht, Uwe. Ähm, also ich habe keine gekriegt. Frechheit, ja, du bist wahrscheinlich nicht angeschrieben worden, ne? Oder bist du angeschrieben worden und hast jetzt schnell genug reagiert. Aber ist klar zu sagen, die, ähm, die Lampe hat jeder Dödel bekommen, der schnell genug war, ne? Und ich war einer von den Dödeln, die schnell genug waren. Ich habe sie heute auch erst abgeholt. Du glückliches Österreich, schreibt der Dirk. Ah, Otto? Ich habe gesagt, wenigstens wo warst du schnell? Wenigstens wo warst du schnell? Damit meint er beim Bestellen dieser, ähm, dieser Beleuchtung, ja. Äh, du glückliches Österreich, heirate. Heißt das, tu Felix Austria, heirate, steht da in der Uwe. Ich glaube, das hast du dir jetzt ausgedacht. Okay, jetzt bevor wir zu den, äh, wieder akribisch vorbereiteten Themen kommen, ähm, noch als Hinweis für euch. Ich habe jetzt zwei Termine, an denen ich teilnehmen könnte. Einen habe ich schon abgesagt. Und zwar ist im September jetzt eine Fahrveranstaltung von Polestar. Der, ähm, Christoph, der momentan noch im Urlaub, weil der ist für mich ein Kandidat für den Polestar 3. Und da wird der Polestar 3 und der Polestar 4 vorgestellt. Das ist über zwei Tage. Einen Tag kann man den Polestar 3 für ein paar Stunden fahren. Den zweiten Tag den Polestar 4. Ich habe Polestar geschrieben. Vielen Dank für die Einladung, ne, dass sie da an mich gedacht haben. Die haben natürlich einen riesen Pool an, an Publikationen, die sie anschreiben. Und wer da halt als erster sagt, ich mache mit, der, äh, kann da halt mitmachen. Dann ist eine Übernachtung dabei in einem schicken Hotel und so weiter, ne. Also auch die Übernachtungskosten in dem Hotel. Ist... Ich bin da weiterhin kein Fan von. Und ich denke, dass man dadurch als Autojournalist auch in einer gewissen Art und Weise fröhlicher gestimmt ist als ohne. So eine edle Unterkunft. Und ich habe halt geschrieben, für mich ist das zu, zu... Ist das nicht die geeignete Plattform, um meine Videoinhalte zu erstellen. Und ich möchte gerne den Polestar 3 und Polestar 4 auf meinem Kanal oder den Zuschauern vorstellen. Aber bitte in einem normalen Umfeld, Test-Szenario, dass ich das Auto halt wieder für zwei Wochen habe und einfach da meine Videos erstellen kann, meine Livestreams und so weiter. Da habe ich Zeit. Und wenn dann auch ein Fehler da ist oder beim Videomaterial was nicht gestimmt hat oder ich auch mal vergessen habe, was zu filmen, dann habe ich das Auto noch vor der Tür stehen und kann das noch nachholen. Das wäre also ein Punkt. Da wollte ich euch nur informieren, weil ja auch immer wieder behauptet, wieder Michi wird zu sowas überhaupt nicht eingeladen. Ab und zu schon. Aber in der Regel, wenn es nicht gerade direkt bei Frankfurt ist, so wie beim Hyundai Kona EV, da hat sich das ganz gut angeboten. Das hat sogar auch halbwegs geklappt, so von Fuse und so. Also das war okay. Aber zwei Tage, um dann zwei Videos von Polestar 3 und Polestar 4 zu machen, die auch nur halb gar sind, wo dann eventuell noch ein Presseembargo draufliegt, alle gleichzeitig den Kram veröffentlichen, da habe ich nichts davon und da hat auch Polestar nichts davon. Ist zumindest meine Meinung. Ist das für euch nachvollziehbar, was sagt ihr, oder bin ich da wieder mal zu wählerisch? Mir geht es nicht darum, dass mich die Autos nicht interessieren. Seht, ob der Discord eine Meinung hat. Ich sehe jetzt keine Äußerung. Das stimmt so, du hast vollkommen recht. Danke Jürgen, wenigstens einer, der meiner Meinung ist. Sonst keiner? Ne. Sonst meldet sich keiner. Okay, sonst hat keiner eine Meinung. Dann lese ich mal, was ihr schreibt. Bella Garant Ali to Felix Austrian Nupe. Kriege führen mögen andere. Du glückliches Österreich heirate. Ah, daher stammt das. Okay, Dankeschön, Albert, für die Info. Laut Habsburger net. Dankeschön. Finde ich klasse, dass du nicht bei diesem Test-Tourismus mitmachst. Da sind leider inzwischen alle großen Kanäle weich geworden, die das lange nicht gemacht hatten. Ja, weil sie wahrscheinlich bis dahin auch nicht eingeladen wurden. Aber ich sage ganz klar, das macht für mich keinen Sinn. Weil ich mache gleichzeitig dann mit Autobild, ja gut, Autobild, den YouTube-Kanal, den übertreffe ja sogar ich. Aber Automotor und Sport mit Autogefühl, Kameniac, you name it. Das sind viele große Kanäle und die bringen dann alle zur gleichen Zeit, gleichen Uhrzeit am besten noch ein Video über das selbe Auto. Und große Unterscheiden tun die sich dann inhaltlich auch nicht, wobei das zumindest keine Standpräsentation ist. Das ist schon ein Ticken besser, weil das Auto kann gefahren werden. Aber trotzdem sind die Inhalte dann doch recht identisch und wirklich kennenlernen. Ich hatte ja schon mal die Gelegenheit an sowas, habe ich auch schon auf der C teilzunehmen in Südfrankreich. Und da hatte ich dann was, zwei Stunden, drei Stunden mit dem Auto, wo ich fahren konnte. Ich musste mich schon darum bemühen, dass ich das Auto schon mal vorher hatte, wo es noch in der Tiefgarage stand, damit ich den Innenraum schon mal machen kann. Damit ich überhaupt meine Videos, damit ich alles gedreht bekomme. Also damit ich überhaupt genug Zeit habe, um da einen Bericht zusammenzubringen. Und wenn du da alleine bist, ich habe keinen Kameramann, ich habe keinen Produzenten, ich habe keinen Tonmann oder Tonfrau. Also das Gendern geht mir einfach nur auf die Nerven. Sondern ich mache es wirklich alleine und das ist einfach Stress. Ich will auch keinen dabei haben, muss ich auch klar sagen. Ich will ja alles selbst machen. Ich bin ja so ein Typ, der alles an sich reißt und nur er macht es richtig und alle anderen machen es falsch. Ich weiß, das ist eine Charakterschwäche von mir, aber es ist so, damit lebe ich. Und das klappt ja auch halbwegs. Und deshalb halte ich mich da ein bisschen zurück. Es gibt eh genug identische Videos, schreibt der Bippel-Dippel, genau. Roman schreibt, ja. Weiß man nicht, wie man es einordnen soll. Am Wochenende ist GTI-Fanfest in Wolfsburg. Natürlich sind auch alle GTX-Modelle vor Ort. Und das ist gut so, ja, Raufk. In Wolfsburg, GTI-Fest. Warte mal, habe ich was vor? Ja, am Montag kommt schon der. Ja, mal gucken, vielleicht fahre ich sogar mal hin. Mal schauen. Volker sagt, ich soll einfach Christoph hinschicken. Ja, das wäre was. Die haben auch geschrieben, ich kann innerhalb der Publikation, wenn ich selbst keine Zeit habe, auch jemand anderen schicken. Aber da, obwohl, im September würde vielleicht sogar gehen. Aber er müsste halt auch was liefern. Das ist die Frage, ob er das kann. So, der Dirk ist da, schreibt Moin zusammen. Moin Dirk. Martin schreibt, der Habende macht immer. Na, Martin, wissen wir alle, dass das nicht so ist. Ich sage nur, oink oink. Wobei ich halt auch sage, dafür kann ich nichts. Also, ich kann schon was dafür. Ich hätte sicherlich auch langsamer fahren können. Aber selbst wenn da die Wurzel bei mir vor das Auto gelaufen wären, hätte ich sie trotzdem eine mitgenommen. Darfst du ganze Crew mitnehmen? Wir kommen alle mit. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Leute. Ich kann ja mal gerade nachlesen. Ich lese gerade mal nach, was da drin steht. Und wie gesagt, ich fühle mich da auch geschmeichelt und alles. Aber Polestar SUV Coupé. Für die Einstellung stehen Termine vom irgendwas September zur Verfügung. Das Programm umfasst jeweils zwei Tage. Hier steht aber jetzt nicht, wie viele Personen. Die Einladung ist persönlich und nur intern innerhalb des jeweiligen Mediums übertragbar. Sollten sie persönlich verhindert sein. Also, liebe Redaktion steht hier aber, es steht jetzt hier nicht drin, ob das zwei oder drei Leute sind. Ich kann mir vorstellen, dass auch manche YouTuber, die sind ja dann teilweise so aufgestellt, dass sie auch wirklich jemanden dabei haben, der die Kameraarbeit macht. Das ist jetzt hier nicht so. Aber es gibt halt Produktpräsentationen, dann Testfahrt. Da hat man vier Stunden, knapp vier Stunden das Auto. Genau. Jeweils knapp vier Stunden. Das ist mir zu wenig. Da kann ich, ganz ehrlich, da kann ich einfach nichts Vernünftiges draus zaubern. Natürlich kann ich das. Ich kann da draußen ein Video machen, was man sich angucken kann. Aber ich kann nicht wirklich was zum Auto sagen. Weil, wie weit kann ich da fahren? Ich will ja auch ein paar Außenaufnahmen. Will den Innenraum zeigen. Will ein paar Fahrszenen. Also, will selbst fahren. Vier Stunden, das ist einfach zu wenig. Wenn du nach Wolfsburg kommst, lade ich dich zum Essen ein. Ja, rauf K, schau mal mal. Wenn, dann würde ich das auch noch bekannt geben. Und das ist am Wochenende, also inklusive morgen oder ist es nur am Sonntag? Geh mit Jens oder einer seiner Kollegen, dann macht ein Kameramann und einer babbelt und weiß, wer es ja. Nee, guck mal, das macht ja Ausfahrt TV News, äh, Ausfahrt TV und auch Electric Drive machen das ja auch. Der, ähm, Jan Kleizmann, der macht ja Videos für seinen Kanal und dann auch für Electric Drive ab und zu. Und es ist im Prinzip, es ist nicht böse gemeint. Und es ist ja auch völlig in Ordnung und legitim. Aber es ist dann doch relativ ähnlich. Und ich will halt, ich will halt meinen Style machen. Der mag sich auch nicht groß unterscheiden von anderen. Ja, ist ja okay. Aber ich bilde mir ein, dass es einfach, wenn ich alles allein mache und so mache, wie ich es immer mache, dass es doch eine eigene Handschrift so ein bisschen hat. Ein bisschen zumindestens. Dass das alles nur YouTube ist und auch nichts Professionelles, da sind wir uns ja einig. Äh, GTE-Treffen ist halt am Wochenende okay. Ähm, und nicht den Fahrradtest vergessen. Der kommt natürlich auch. Der Standard. Wobei dann auch welche sagen, bau doch die Räder raus, dann passt es doch rein. Das ist so, Kommentare kommen da immer dazu. Aber ich will ja gerade wissen, ob es mit eingebauten Laufrädern reinpasst. Aber du kannst machen, was du willst. Aber dann sind auch wieder Zuschauer, die sagen, vielen Dank Michael, das ist genau das, was ich wissen will. Passt das so rein? Danke. Also manche finden es auch gut. Aber so ist es halt. Äh, ist allen recht zu machen, das ist eine Kunst, die niemand kann. Äh, und nicht den Fahrradtest. Genau. Na, Micha, aber schickes Hotel mit Hotelbar, vielleicht triffst du... Nein, 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 nein. Nein, also auf gar keinen Fall. Wobei gibt es, äh, also es gibt, äh, da, äh, Uwe fragt, ob es größere YouTuberinnen in Deutschland zum Thema Elektromobilität gibt. Es gibt zumindest eine Dame, die sich für eine Mordkapazität hält, ja, die so unsympathisch mir rüberkommt, also für mich so unsympathisch rüberkommt, äh, der ich garantiert auch genauso unsympathisch bin. Das beruht sicherlich auf Gegenseitigkeit. Angeblich haben wir uns schon mal getroffen. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, die schon mal getroffen zu haben. Aber so wie die sich aufführt in den sozialen Medien, alter Verwalter, Flucht ergreifen ist das Einzige, was geht. Muss man vor mir auch, vor mir müssen wir auch die Flucht ergreifen. Keine Frage, ne. Aber ich bin mir dessen bewusst und gebe es zu, ne. Freitag bis Sonntag, Halle 77, Levella, JP Performance, alle... Ach, ach, das ist wieder mit allen YouTubern. Ne, dann komme ich nicht ja auf K. Wenn dann wieder die ganzen Selbstdarsteller da sind und ich als Selbstdarsteller gar nicht zur Geltung komme, weil ich zu klein bin im Vergleich zu den anderen, das geht ja gar nicht. Ne, ne, warte. Ne, ne. So ein bisschen kommt da schon durch, wie jemand eingestellt ist. Sie nennen ja keine Namen. Das kann ja alles möglich sein. Es gibt ja ganz viele tolle, kompetente Frauen in der Elektromobilitätsszene. Ich denke da an die Electrified Woman, sehr sympathische Damen, die viele auch für die Elektromobilität in der, ähm, in der, wie soll man das sagen, in der weiblichen Elektroautoszene getan haben, ne. Und deshalb, ich nenne da keine Namen, um Gottes Willen. Michi will die Bühne für sich alleine. So sieht's aus, hafro. Ich möchte keine anderen Superstars neben mir haben, ne. Äh, Supercar Blondie ist wohl nicht dabei. Ja, Supercar Blondie, die hat ja, wie viele Millionen hatten die, wie viele Viewer, ne. Die macht aber auch, ähm, äh, 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 wie soll ich sagen, ähm, sehr, sehr exotischen Content teilweise, ne. Die hat dann auch Autos, die gibt's gar nicht, die fährt Studien, also die hat Zugang zu Sachen und die macht das halt auch super und hat ein großes Publikum. Das ist eine ganz andere Größenordnung, ne. Da ist sogar JP Performance, also der Jean-Pierre Cremor, wie er heißt, da ist sogar der, äh, eine kleine Leuchte dagegen, gegen Supercar Blondie, weil die halt weltweit, ähm, bekannt ist. Es gibt, außer Michi, doch gar keine Superstars. Uwe, die gibt's schon. Ich denk an Otto, ich denk an dich, ne, Tesla-Spectre, ähm, obwohl mit deinen beiden Kameras, die du da immer hast, das hab ich bis heute nicht verstanden, ist das Kunst. Also nur zur Info, der Tesla-Spectre macht das so. Der hat eine Perspektive sozusagen von vorn und dann nochmal eine von der Seite und die hat er gleichzeitig eingeblendet, ne. Ihr könnt ihn also zweimal in den Videos sehen. Das ist Kunst, glaub ich. Es wird irgendwas mit Bauhaus zu tun haben, ne, vermute ich mal. Okay, so und jetzt zum Zweiten. Ich hab eine Mail bekommen von einem Journalistenverband, äh, Journalistenverband. Und ich halte diese Mail auch für legit, ne. Ne, ich glaube, dass das inhaltlich stimmt, was da geschrieben wurde. Und es geht da um einen Mediendialog, der im Oktober irgendwann fest, ähm, äh, stattfindet. Und da geht's um Verkehrs- und Umweltstrategien in den Medien. Rücksichtslose Freiheit oder Ökosozialismus. Das heißt, das ist so eine Art Talk-Runde auf einem, äh, ja, so eine Art Forum. Ne, ihr kennt das ja, ihr kennt das ja auch von, von, von den Tesla-Treffen. Ähm, da haben die ja dann auch immer solche, solche Quassel-Runden. Ähm, und, äh, da soll ich mitquasseln. Das ist aber nur ein relativ, ja, also ich kannte den Journalistenverband überhaupt noch nicht. Ich weiß nicht, wie groß der wirklich ist. Und habe auch schon mal auf YouTube danach gesucht. Also, sie sind zwar auf YouTube vorhanden oder vertreten, aber wirklich sehr, also, nicht besonderlich groß jetzt vom YouTube-Kanal und von der Reichweite. Das, was aber für mich interessant ist, das sind zwei eingeladene Personen, die da mitmachen. Und ich frage mich halt, soll ich da mitmachen, weil es ja einfach nur Departier-Club ist. Und wäre halt auch die Frage, ähm, ob ich das streamen kann. Weil wenn, dann würde ich es gerne streamen. Denn es gibt zwei Leute, die eingeladen wurden. Ich weiß nicht, die Namen darf ich wahrscheinlich nicht nennen, weil das alles nur entspruchreif ist. Aber ein Journalist, den ich gerne mal persönlich in so einer Gesprächsrunde treffen würde. und ein Heer aus der Automobilindustrie, den ich auch sehr gerne mal treffen würde. Und da wirklich Interesse dran ist, auch mit dem mal zu sprechen. Und mal zu erfahren, wo liegen denn die Probleme auch bei der Elektromobilität und so weiter. Da ist halt wirklich die Frage, mache ich das oder spare ich mir das? Ich weiß auch nicht, ob ich eventuell zu der Zeit sogar auf Mallorca bin, zum Radfahren. Das ist also schwierig, ne? Da ist die Frage, was glaubt ihr? Wenn ich das streamen kann, und da ist eine Gesprächsrunde von einem Manager aus der Automobilindustrie, der auch durchaus im Entscheiderbereich ist, wobei die auch erst nur angefragt sind, ne? Also die sind noch nicht, ähm, die haben noch nicht zugesagt. Das ist halt die Frage. Und ein Journalist, den ich gerne mal treffen würde. Und mit dem ich gerne mal auf so einem Podium so ein paar Faktenchecks auch durchspielen würde, ne? Es geht ja auch um journalistische Ethik, ähm, es geht darum, brauchen wir einen Haltungsjournalismus? Das sind ja alles Fragen, die den heutigen Journalismus, ähm, äh, beschäftigen. Und ich sag, aber da steht ja auch was von Ökoterrorismus, ne? Und so weiter und so fort. Und da würde ich schon gerne mal mit, äh, diskutieren. Und würde auch gerne mal fragen, welche Rolle denn die, ähm, Journalisten in der aktuellen Stimmungslage tatsächlich spielen? Inwieweit, inwieweit ist die, sind die Medien dafür verantwortlich, dass zum Beispiel so eine negative Haltung in der Bevölkerung, in der weiten Bevölkerung, muss man sagen, in der Mehrheit der Bevölkerung immer noch zur Elektromobilität besteht? So, jetzt erstmal den Discord, was meint ihr? Soll ich an sowas teilnehmen, wenn ich es live streamen darf? Wenn du etwas nett wirken willst und das machen, ja, mach das. Nur so kann man seine eigene Meinung sich klarieren und Meinung sagen. Sonst gibt es jetzt da, wie über Stern TV, lauter Leute, die kein E-Auto fahren und wir wundern uns, warum die E-Auto fahren, die zugehört werden. Okay. Wobei, es geht nicht darum, nett zu wirken, Dirk. Also nett werde ich da sicherlich, also, man geht da nicht hin, um, um jetzt unverschämt oder unhöflich zu sein. Das, denke ich, bin ich grundsätzlich nicht. Aber ich würde an... Ich habe nett wirken gesagt. Was? Nicht, dass du nett wirkst oder so Netzwerk erschaffst. Ach, Netzwerk, ich habe gedacht, nett wirken. Entschuldigung, Dirk, habe ich wieder nicht richtig verstanden. Okay, weil ich gehe natürlich hin und versuche, mich zu benehmen in der Kapazität, wie mir das möglich ist. Aber ich gehe da nett hin, um mit irgendjemandem zu kuscheln oder in allem übereinzustimmen. Wenn ich anderer Meinung bin, dann bin ich anderer Meinung. Und dann diskutiert man darüber. Und das, was mir ja sowieso fehlt in der gesamten Medienlandschaft, ist die Diskussionskultur. Auch mal bereit zu sein, sich zu streiten. Und zwar nett nur mit dem Lanz, der einem, ja, manche Leute gar nicht zu Wort kommen lässt. Also, wenn da ein AfD-Politiker sitzt, der hat eigentlich keine Chance. Wenn ein Eiwanger da sitzt, der hat eigentlich keine Chance. Die werden andauernd unterbrochen. Ich stimme ja mit großen Teilen, was die sagen, in der Regel nett überein. Manche Sachen vielleicht schon. Aber ich will ja hören, was sie für eine Meinung vertreten. Und dann kann man in eine Diskussion eintreten. Und die muss auch halbwegs sehr besetzt sein. Wenn alle auf einen reinhacken, das finde ich auch nicht gut. Also, es muss schon eine halbwegs ausgewogene Diskussion möglich sein. Jetzt werden ein paar von euch sagen, naja, bei dem Sonomotors-Livestream, da warst du ja auch nicht gerade lieb und hast immer wieder oft unterbrochen. Ja, weil die meinen Livestream benutzen wollten, um das noch als Werbeplattform auszunutzen. Und das wollte ich um jeden Preis verhindern. Ich wollte nicht, dass jemand den Livestream sich anschaut und sagt, ach Mensch, das mit Sonomotors ist ja doch toll, ich werde jetzt nochmal da rein investieren. Das wollte ich mit allen Mitteln verhindern. Ich wollte die bloßstellen. Das war das Ziel, deshalb bin ich da hingefahren. Ob ich das geschafft habe oder nicht, kann man darüber streiten. Mir wird vorgeworfen, dass ich zu oft unterbrochen habe. Ich bin der Meinung, ich habe zu selten unterbrochen. Aber so ist das halt. Ich bin da kein Profi und habe es so gut gemacht, wie ich konnte. Weitere Meinungen aus um Dirk? Äh, nee. Nö, schaltet sich keiner frei. Also keine weiteren Meinungen. Dann gucken wir mal, was ihr schreibt. Ähm. Äh. Ich sage nicht, wer... Das sage ich nicht, weil die sind angefragt und, ähm, ob die dann kommen, ne? Ob die nicht kommen, das muss man alles mal abwarten. Ich kann ja auch sagen, wenn die zwei Personen kommen und ich das Livestreamen darf, dann komme ich. Ansonsten komme ich nicht, ne? Könnte man auch sagen. Aber da werden die vielleicht sagen, naja, sie können es sich nicht aussuchen, Herr Schmidt, ne? Aber wenn ich da hingehe, dann muss es auch einen Mehrwert für mich und meinen Kanal haben, ne? Äh. Holger Appel, Tichy, Fragezeichen, wird spekuliert. Wenn dann nur live, schreibt der Uwe, ja, ich möchte es gerne Livestreamen. Ich möchte da keiner aufzeichnen, ich möchte das sehen. Gravallo, Michi. Nee, nicht Gravallo, aber schon unangenehm, Michi, ne? So, so, äh, so, so nervig Michi, ne? So, so, wischst du, wie ich meine? Einfach machen und wenn doch live möglich wäre, hätten wir auch was davon, schreibt der Helge. Äh, der Helgek. Helgek, ich weiß ja nicht, ob Helge oder Helgek, bin ich mir nicht sicher. Wirst du wirklich live und ungeschnitten streamen dürfen, ansonsten auf deinen Puls achten und nicht trennen? Warum nicht trennen? Warum nicht auch mal deutlich sagen, das stimmt nicht, was da berichtet wird oder was da berichtet wird und einfach mal probieren. Oh, das will ich sehen, Michi kuschelt mit Intra. Ähm, nee, also das wäre jetzt keiner, wo ich sagen würde, mit dem würde ich auf eine Bühne gehen wollen, weil das ist vergeblich. Das, da, da wird ja nur in einer Scheinwelt argumentiert, in der eigenen Realität, die sich der Mann aufgebaut hat zur Elektromobilität. Da ist ja nichts mit, nennt man ansatzweise mit Substanz dabei. Und der ist auch, der ist nicht belehrbar in meinen Augen. Also das ist, da ist, glaube ich, Hopfen und Malz verloren an meiner Einschätzung. Wobei, ich bin ja auch unbelehrbar. Ich sage ja, Elektroautos sind besser als Wasserstoffautos. Ähm, also jetzt red ich, das war das, glaube ich, mit dem Aiwanger. Und ich habe mir das dann angeguckt, aber da wäre ich gerne mit dabei gewesen und hätte mir den Aiwanger mal zur Brust genommen, den Populisten. Hätte ich echt gerne mal, wahrscheinlich hätte der mich eh totgelabert, ne, weil das ist ein Profi. Ich bin ja kein Debattierprofi. Aber so ein paar Unsinssaussagen, ich hätte ja auch mal gefragt, wie viele Kilometer haben Sie denn bisher mit Ihrem Wasserstoffauto gefahren, Herr Aiwanger? 50.000, 100.000 Kilometer, sagen Sie doch mal. Sind Sie auch schon mal von München nach Barcelona oder nach Lissabon gefahren oder nach Kiew, ne, zu irgendeiner politischen Besprechung oder, 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 oder nach, nach Sizilien in den Urlaub? Wie weit sind Sie denn mit dem Wasserstoffauto schon gelangt? Das allein schon mal als Frage. Und wenn er sagt, bis da und da hin, dann würde ich sagen, öh, das sind ja gar keine Wasserstofftankstellen. Hatten Sie einen eigenen Wasserstoff-Lkw hinter sich herfahren? So was, ne? Äh, ein paar Respektschellen verteilt. Ja, aber sachlich möglichst, ne, wobei ich halt schon ins Renten gerade, ne? Äh, festnageln war das bei Sonomodus aber nicht. Medion, ich sag ja, ich war selbst mit mir auch nicht zufrieden. Aber zumindest habe ich eine Aussage rausgekriegt, die zeige ich euch nochmal und das fand ich schon ein Knackpunkt. Kann ich euch nochmal zeigen. Moment, das war, ähm, es muss hier auf dem Hauptkanal gewesen sein. Das finde ich bestimmt auch gleich, weil das eine Stelle ist, die ich immer wieder mal, ähm, Livestreams aufrufe. Und die Stelle war, denke ich, das war ganz gut, glaube ich. Ich bin nicht allein. Eine neue Ära beginnt, endlich! Ne, doch nicht, oder? Und das versuchen wir, wir versuchen, es auch darauf hinzuweisen. Achtung, Achtung, Achtung! Es ist in meinen Augen auch Transparenz, ist immer wieder ein Wort, was ihr verwendet. Für mich ist es brutal entscheidend, dass der Kunde darüber aufgeklärt wird, hier, wir sind wirklich ein Start-up, wir geben uns Mühe, wir kämpfen, aber das Risiko ist hoch, dass es weg ist. Und das versuchen wir, wir versuchen so offen darauf hinzuweisen. Und auf der anderen Seite, wenn ich dich jetzt richtig raushöre, dann ist am besten, also, dann kann nochmal irgendein weiterer Hinweis drüber. Irgendwann übertreibt man das eben auch, also irgendwann komme ich zu stark und ich schrecke ab. Ja, ihr schreckt ab, das ist richtig. Wenn das Risiko jedem bewusst ist, glaube ich, dass euer Erfolg geringer ausfällt, als er jetzt ausfällt. Und das, fand ich, war schon so ein bisschen ein Gottschall-Moment, dass er es selbst sagt, wenn wir das Risiko richtig darlegen, dann schrecken wir ja ab. Also, da muss ich ehrlich sagen, das fand ich, das war die beste, deshalb habe ich das hier auch mit einem Zeitstempel offensichtlich belegt. Das fand ich einen coolen Moment und den finde ich auch wichtig. Der ganze Livestream war kritisch, also, es war auf keinen Fall eine Werbeveranstaltung für Sono Motors. Also, das würde ich schon behaupten, auch wenn der Medium das vielleicht anders sieht. Und es war schön mit dir bei Sono, wir hatten unseren Spaß. Warte mal, Michi Benfan, wer warst du denn nochmal? Ich weiß nicht mehr, wer du warst. Und man muss auch nochmal dazu sagen, ich war ja neben ein paar wenigen Benetariern, war ich ja praktisch gegen die ganzen Sono-Anhänger, gegen den Vorstand und so weiter. Das ist alles nicht so einfach. Und ich mache das ja nicht regelmäßig. Es ist ja nicht so, dass ich andauernd in Debatten verwickelt bin, außer in irgendwelchen Kommentaren, wo ich mir die Formulierung ausdenken kann. Sondern das war ja schon eine Premiere auch für mich. Und dafür war es okay, aber es war nicht so gut, wie ich es mir versprochen hatte, das stimmt. Ähm, die zwei kommen auch nur, wenn du kommst. Ich glaube nicht, dass die mich kennen, Dirk. Ähm, Späbrenner sagt, au weh, schön nach neun. Ich verziehe mich gleich mal hinter den transparenten Aussteller in die Ecke. Späbrenner, heute auf Twitch sind wir mal großzügig. Ich darfst direkt dich vor deinen Rundfunkempfänger zu Hause setzen. Äh, Hanni, Hanni sagt so wie Sonntagnachmittag, Michi. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was das jetzt wieder heißt, Hanni, Hanni. Helge ist richtig. Okay, Helge, ich versuche mir das zu merken. Äh, moin Philipp, wie ein Stachel im Fleisch, sagt das Sven. Ja, so unangenehm, genau. Ähm, also da, äh, Yeti will, dass ich auf jeden Fall mit dazugehe. Ein paar Respektstellen verteilen. Achso, das war gemeint auf dem Besuch da unten. Äh, 30.000 Kilometer hat er gestern beim BR im Livestream gesagt. Über welchen Zeitraum, ne, welche Strecken, würde ich ihn auf jeden Fall fragen. Äh, dem Aiwanger eine Story vom, weiß nicht. Der BR-Livestream gestern war wild, schreibt der Moik. Ich hab's schon nicht angeguckt. Wusstet ihr eigentlich, der Sohn von 00 Grad heißt Ben? Was verheimlicht uns, wie ich hab damit nichts zu tun? Das ist eine Koinzidenz, ne, ein Zufall. Äh, 1,2 Kilogramm auf 100 Kilometer Verbrauch, meinte der Hubi. Und 23 Euro je Kilogramm, äh, also, äh, Moment mal, noch 4,60 Euro dazu. Also 27,60 Euro auf 100 Kilometer. Und klasse. Und wenn, äh, die Brennstoffzelle nach 100.000 Kilometer durch ist, dann zahlst du nochmal so viel, wie das ganze Auto wert ist. Äh, war bestimmt ein E-Akt raus, Volvo Scandia, der dem Hubsi den H2 nachfährt. Könnte, könnte der Finger schießen? Der hier? Ne, der kann nicht schießen. Ähm, der Maulwurf ist zurück vom Hand in die Nordsee halten. Hä? Heute wieder, ich verstehe wieder nur Bahnhof. Der Maulwurf ist zurück vom Hand in die Nordsee halten. Schreibt der Analogon. Okay. Äh, hat Kuh sicher als letzte Reserve, also, da wird untereinander geredet. Ähm, Stefan. Stefan, du musst mir sagen, wer du warst. Wir haben ja auch einen Livestream gemacht, ne, auf dem Live-Kanal war der, glaube ich. Mal gucken, ob da alle drauf sind. Der H war ja da, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Mal gucken. Stefan, warst du der, der am meisten geholfen hat beim Tragen? Ne, da hatte ich dann jemanden, der mir beim Tragen geholfen hat. Aber ich glaube, der H.H. hat auch geholfen beim Tragen. Mal sehen, ob ich das hier noch finde. Sono Motors. Das war, glaube ich, auf dem Live-Kanal. Oder war es auch auf dem Hauptkanal? Ne, es war hier. Sono Motors Live. Da. Ach. Moment. Die Technik, ne. So. Okay, Leute, ihr seid unter Umständen auch mit drauf, ne. Hä? Wir sind jetzt bei Sono Motors vor der Tür. Moment, Moment, Moment. Warum macht er das denn jetzt wieder nicht? Oh. Moment. So. Sono Motors, heißer Stuhl. Macht er nicht. Gehen wir mal auf Desktop. Hä? Warum ist das da schwarz? Das ist ja krass. Aber ihr zeigt das Bild nicht, oder? Ne. Ne, das ist was anderes. Genau. Das ist was. Hä? Rollei? Halt. Rollei. Jetzt. Okay, hier ist es zumindest. Noch die Kamera einblenden. Mal sehen, ob das klappt. Jawohl, das klappt sogar. Machen wir mal hier hin. So, und jetzt gucken wir mal, wer wer ist. Mann, die Runde. Das ist der Arthur hinten, glaube ich. Da hinter mir haben wir den... War das der HH? Moment. So, okay. Ne, ist nicht der HH. Ach, ich krieg die Namen wieder nicht alle zusammen. Ja, ihr seid doch auch mit drauf noch. Also, wir sind jetzt bei... Das ist der Markus, ne? Unser I8-Fahrer. So, der Motor ist vor der Tür. Wir müssen mal gucken, hier einmal in die Runde. Ha, wenn ich nur wüsste, bin mir nicht sicher. Dann müssen wir noch ein paar Benetariens mit dazu kommen. Dann ist das der Stefan vielleicht. Könnt ihr mal sagen, ob ihr uns hört und seht, wie der Wind? Also, ich spazier mal rein. Oder wollen wir uns live übertragen? Ne, ich ziehe mir jetzt nichts mehr. Ne. Okay, ne, aber das kriegen wir jetzt sowieso nicht mehr raus. So, start Livestream. War es ein Wurzelzap? Der HH oder was? Also, so eine Frechheit. Oder meinst du den Markus? Du meinst bestimmt ein I8-Markus. Gut. Was für ein Wurzelzap? Ich weiß nicht, ob er die Beschreibung annimmt. Wer ist denn der alte Mann mit dem Bart? Wer ist der arme alte Mann mit dem Bart? Ihr seid hier nur neidisch, dass ihr nur so einen pubertären Pflaumen ins Gesicht zaubern könnt. Michis Puls bei 58. Ist doch gut, wenn er unten ist, oder? Dann reg ich mich jetzt so auf. Gandalf im Stream sagt, da mach mal hinne. Mal gucken, ob der Stefan sich noch meldet. Der Michi-Ben-Fan. Wer warst du, Michi-Ben-Fan? Nicker, schau dir das Standbild von Sono-Video an. Dann weißt du, was mit dem Finger gemeint war. Ah, okay, verstehe. Der neue, also der seit diesem Jahr als die FO für Ionity-Tätige her, hat da sicherlich nicht auf mich schießen wollen. Nochmal weitergucken. Wasserstoff speichert sich wunderbar in mit viel, viel Energie und sehr sauber produzierten Faserverstärken und tonnenweise Epoxidverklebt. Danks. Sehr gut. Bart macht apart, schreibt die Heike. Die Heike mag's, ne? Der Norbert ist ja auch Bartträger. Mich im Spätschoppen-Maulwurf nennen und dann nichts mehr verstehen oder wissen wollen. Ich verstehe es wirklich. Habe ich dich mal Maulwurf genannt, Analogon? Ich hoffe jetzt nicht wegen der Optik. Keine Ahnung. Habe ich dich schon mal irgendwo gesehen? Ich glaube nicht. Der Bart war cool, schreibt die Elektro-Heike. Aha, also die Damen mögen's, ne? Ist schon enorm viel Aufwand, dass man Zeug treiben muss. Ah ja, da geht's um Wasserstoff, schreibt der Husschel. In der Reifenmatze schreibt, im Juni 2018 bin ich auch mal ein Sono-Prototyp-Probe gefahren. Du bist ein I3-Probe gefahren, Reifenmatze. Ein I3. Das war in meinen Augen spätestens ab 2019 nur noch... Muss vorsichtig sein. Ja, Uwe, das denke ich auch. Ich denke tatsächlich, dass der Bart, weil man weniger von meinem Gesicht sieht, dass das deshalb ein Vorteil ist. Ich werde mir irgendwann auch wieder einen wachsen lassen. Auch wenn das ziemlich unangenehm ist und kratzig. Aber wenn es mehr verdeckt, das ist besser für mich. Bierchen von der Luzi ist leer. Ja, also ich mache jetzt nochmal eine Umfrage. Die Umfrage bezieht sich auf diese Podiumsdiskussion. Und Voraussetzung ist, es sind zwei Voraussetzungen. Punkt A, die beiden Teilnehmer, die ich gerne dabei haben würde, die kommen auch, sagen zu. Und Voraussetzung Nummer zwei ist, dass ich es live auf meinem Kanal übertragen darf. Und dann, ähm, äh, macht das vielleicht sogar Sinn. Ähm, also, äh, Podiums, ach, das, Podiums, bin falsch, Podiumsdiskussion teilnehmen, Fragezeichen, ja, nein. So, ihr könnt jetzt abstimmen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Bier trinken mit Bart ist bestimmt lustig. Ja, auch Essen mit Bart. Du hast dann immer Teile vom Essen im Bart, ne? Wenn ihr einen Rudi kennen würdet, der besteht fast nur aus Bart. Also, ich könnte mir vorstellen, der hat immer was zu essen dabei. Wenn er irgendwo in den Bart reingreift, wird sich schon was finden. Also, der Mann hat einen Rauschebart, mein lieber Scholli. Der wächst bestimmt schon ein paar Jahre. Ähm, Lika schreibt, du könntest auch eine Maske tragen wie Sido früher oder einen Filter einsetzen mit einem Eselsgesicht. Lika, das mit dem Filter und dem Eselsgesicht, das werde ich mir überlegen. Das ist, glaube ich, eine richtig gute Idee, ne? Und es ist auch gar nicht so, dass ich dir das übel nehme. Ne? Ich will ja keinen Streit anfangen. Ich bin ja gechillt. Ich bin ja zivil, ne? Ähm, hat so noch nicht mit einem Twinko angefangen, den mit PV auszustatten? Ne, ne. Soweit ich weiß. Obwohl, vielleicht in der Garage noch, bevor sie überhaupt Probefahrten zugelassen haben. Aber nach meinem Kenntnis stand, auch nach dem, was der Beiratsvorsitzende des Community-Beirats dann irgendwann, oder Beiratsmitglied von der Community-Vertretung in Facebook in 2018, glaube ich, gepostet hat. Da war er nämlich total kritisch zu Sonomotors, hat sich drüber lustig gemacht, dass Sonomotors den E3 nimmt und da was dranpappt und dann sagt, das ist unser Sion. Ne? Da haben sie dann auch von verschiedenen Fahrwerksteilen Fotos gemacht und da stand überall BMW drauf, ne? Das war einfach ein E3, den man ein bisschen umetikettiert hat. Ähm, finde die Podiumsdiskussion am 24., 25., ne? Die Findemok, also ich glaube, ne, dass du dazu was im Internet findest, Virtual Petrolhead. Also, und ich könnte mir vorstellen, wenn ich das live übertragen darf, dass das die prominenteste Plattform ist, wo das stattfindet. Das ist jetzt, soll nicht arrogant klingen, soll eher einordnen. Das ist jetzt, glaube ich, kein riesiges Forum, wo jetzt wirklich viel passiert. Vielleicht zum Netzwerken nicht verkehrt, ne? Man weiß es nicht, aber es ist jetzt nicht irgendwas Großartiges, ne? Vor allen Dingen, wenn die mich schon anfragen, dann wisst ihr ja, also wer fragt denn mich an? Das ist schon, ne? Das ist dann schon eine Verzweiflungstat, wobei sie halt auch Leute anfragen, die schon, wie soll ich sagen, wahrscheinlich ein gewisses Standing haben, ne? Und der Manager aus der Automobilindustrie auf jeden Fall, weil das ist ein bekannter Manager, ne? Das erste war ein Twingo, schreibt gerade, ähm, der Medium. Äh, na, wenn das Podium mal nicht für ein Popo ist. Ah, oh, I see what you did there, ähm, lieber Wuschel. So, und der Bad schreibt noch, hat Elektrif angefragt? Ne, ne, Elektrif hat nicht angefragt. Da geht's um Journalistenverband. Aber wir werden's sehen, ähm, ich guck mir das an. Ich werd mal vielleicht mit dem Herrn telefonieren, der mich angefragt hat, und werd mal mit dem sprechen. Ähm, mal gucken. Ist vielleicht besser, als das auch per Mail zu machen, um ihm auch zu erklären, was mein Antrieb ist, ne? Da haben schon viele abgesagt, bis sie Michael fragen. Ne, ich steh auf der initialen Liste. Aber natürlich wird, wenn ich, obwohl, vielleicht ist es ja die initiale Liste, aber die Namen stehen alle drauf. Meiner auch. Moment, auf der Liste steht, Moment, mal gucken. Also, es steht hinter jedem Teilnehmer erst mal angefragt, ne? Äh, Michi Benfan. Ah, okay, der Stefan. Heißt Michi Benfan. Okay. Ähm, so, jetzt müssen wir gucken. Wo ist die Anfrage? Inbox? Ne, es war ein Reporter, ja. Moment, das müsste also hier irgendwo sein mit Ausrufezeichen. So. So, äh, Michael Schmidt, Breaking Electro News. Alle Teilnehmer angefragt. Wie gesagt, da kann ich ja mal anrufen am Montag, ne? Liegt jetzt schon ein paar Tage bei mir im Postfach. Ich bin halt am Hin und Her überlegen. Macht das für mich Sinn? Macht das keinen Sinn? Soll ich teilnehmen? Soll ich nicht teilnehmen? Kann ja auch mal interessant sein und lehrreich für mich, ne? Das muss ja halt auch immer auf die Views und auf die Klicks gehen. Aber natürlich ist das auch immer was, was ich im Hinterkopf hab. Und natürlich auch, ich möchte ja Öffentlichkeit schaffen. Ich möchte ja, dass sowas dann auch, äh, tatsächlich zu sehen ist. Und, ähm, ihr auch sehen könnt, wie schlägt sich denn der Michi so, wenn er mal, äh, mit Profis, äh, auf einer, äh, auf so einem Podium sitzt und, und sich seine Haut erwehren muss, ne? Äh, ah, nein, du hast sich der Rat, lieber Bad. Äh, krummbucklicher Infaulenser. Ah, nein, hast du nicht richtig geraten. Äh, CM Michi, Next Move, die ganze... Nein, ich bin der einzige YouTuber, der auf der Liste steht, ne? Aber wahrscheinlich auch als Journalist, ne? Also, es ist, ähm, die müssen mich ja als Journalist in dem Fall sehen. Also, vermute ich. Wobei natürlich Journalist auch kein geschützter Begriff ist. Journalist kann ja jeder sein. Und sogar laut, ähm, äh, der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland hat jeder auch das Informationsrecht und auch die Pressefreiheit gilt für jeden. Also, jeder von euch kann einen YouTube-Kanal oder eine Zeitung aufmachen oder sonst was und ist damit dann auch Journalist. Inklusion ist das Zauberwort. Bad, du stehst kurz vor, vor, vor der, vor der, ähm, Cancel, vor, vor der Cancel-Culture-Mob, dass die dich verfolgen und canceln im Internet. Ne? Ich nett. Ich find's lustig. Aber, uh, sei vorsichtig. 2, 9, 0, 5, schreibt der Medien, was auch immer das heißen mag. Okay, ach so, was hat denn die Umfrage ergeben? Hat jemand geguckt? Ich hab nicht aufgepasst. Hat jemand geschaut von euch? Wird mir ja hier nicht mehr angezeigt. Fragen nochmal. Jürgen? 99% glaubens ging's aus. Ja, waren 44 dafür, einer dagegen bei dieser Umfrage. Okay, gut. Dann, äh, gehen wir davon aus, dass es passt. Danke, Jürgen und Otto. Also, 98% ja, schreibt Autodidio. Cancel wovon denn? Ja, äh, dass du kein Facebook mehr hast, zum Beispiel, ne? Welche Umfrage, fragt der Harry. Da bist du spät. 2005 bin ich auch von Kabel 1 für eine Sendereihe angefragt worden, wie die auf mich gekommen sind. Keine Ahnung, schreibt der Medion. Ja, ich weiß auch nicht, wie die auf mich kommen. Keine Ahnung. Das ist, weil da haben die ein paar YouTube-Kanäle sich rausgesucht, die sich über die Elektromobilität beschäftigen und haben dann die Namen in den Topf geworfen und haben einen rausgezogen. Kann natürlich sein, ne? Ich weiß es nicht. Ähm, äh, ich würde aber schon mit zwei der Teilnehmer, die anderen sagen mir nix, aber die zwei sagen mir was. Und da würde ich gerne mal mitdiskutieren. Hab sowieso kein Facebook, gar kein Social Media, nur YouTube und Twitch. Ja, dann bist du da gecancelt, Pat. Ne? Kann ja alles passieren. Okay, aber jetzt genug gesappelt. Ne, jetzt kommen wir zu den knallharten Fakten. Und, ähm, was machen wir zuerst? Ich glaube, das hier ist erst mal wichtiger, ne? Denn, äh, ich habe ja schon vor ein paar Tagen berichtet, dass bei BMW die Elektroautos weiterhin brummen, die hohe Zuwächse haben, nämlich über 30% Elektroautos mehr verkauft im ersten Halbjahr 2024, also im ersten Halbjahr 2023. Also bei BMW geht es weiter ab mit den BMW-Modellen. Und diesen Erfolg spiegelt dann auch die BMW-Hymne wieder. Ich kann ja mal ganz kurz anspielen, wie so der Sound ist. So, also Tesla ist gut, wird da gesungen. Ihr seht, es ist wieder ein weiterer Tesla-Fansong, äh, was die BMW-Hymne angeht. Mich juckt es gerade, sagt der Wippel-Dippel, dann kratz dich. Äh, wie Fakten sind wir bei Focus? Hö, hö, ich habe noch X. Ah, die da hat noch X. Okay, äh, ist das alles AI-Mucke? Das ist AI-Mucke, lieber Abraxas. Und ich kann dir nur so viel sagen, das fetzt, das fetzt. Beim Text muss ich ein bisschen, muss ich ein bisschen nachhelfen, ne? Nur Tesla und BMW eingeben, das kommt nicht zu den Ergebnissen, die man haben möchte. Also habe ich ein ganz klein bisschen noch gefeilt an den Texten. Aber im Großen und Ganzen gehe ich jetzt nach der Anleitung vom Roman vor, weil der ist Profi. Ich warte immer noch darauf, dass der Punkt, 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 MG Cyberstar endlich rauskommt, damit ich entscheiden kann, ob ich meine i4-Bestellung behalte oder auflöse. Wuschel ist halt ein ganz anderes Auto, ne? Die beiden haben nichts miteinander zu tun. Aber der Cyberstar, ne, also der Lobstar, der MG Lobstar heißt es richtig, der hat sich vertippt. Ähm, das ist schon ein geiles Auto, muss ich wirklich sagen. Äh, bei mir fetzt nix, sagt der Harry. Was? Hast du nix gehört oder was? Smart, 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 sagt die Heike. Smart, smart, smart. Smart, smart, smart. Das ist also die Heike. Gibt es inzwischen Ersatzteile für MG? Keine Ahnung. So, aber jetzt kommen wir zu einem weiteren deutschen Autohersteller, der von Erfolg zu Erfolg eilt. Und ich möchte auch nochmal klarstellen, der Achim, ich weiß nicht, ob er da ist, der jaunert immer rum. Bei Porsche lief es im Moment, äh, nicht so, so richtig ideal. Aber sie haben wieder einen richtig guten, äh, richtig gute Umsatzrendite rausgearbeitet, nämlich über 17%. Das Krötzen gehört in der Automobilindustrie so wie, äh, zum Tagesgeschäft, so wie das Krötzen bei YouTubern zum Tagesgeschäft gehört, ne? Den YouTubern geht's allen gut und trotzdem sind sie am Krötzen, Krötzen, Krötzen. Ich bin pleite oder, äh, ich kann nicht mehr, ich bin ausgebrannt, etc., etc. Ja, dann mach doch mal einen richtigen Job, wo du jeden Tag 8 Stunden arbeiten musst und das 5 Tage die Woche, dann weißt du, dass YouTube in Zuckerschlecken ist. Den Teilkern würde ich mir auch, äh, vor die Tür stellen, schreibt der Moik. Äh, e-tron GT war schon fein. Ja, der war fein, bevor er in meine Hände kam. So, also elektroautonews.net, den Link stelle ich euch auch schon mal wieder in den Chat. Titelt Audi Verbrenner weiter rückläufig E-Autos im Plus. Leider muss man einschränkend sagen, die Hybriden spielen halt eine große Rolle. Der Audi-Konzern konnte im zweiten Quartal 2024 seine finanzielle Performance wieder stabilisieren. Zugleich bringt Audi zahlreiche neue Modelle auf die Straße. Unter anderem den, ähm, äh, Audi e-tron Q6, der ja ein, ja, ein, 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 ein leicht anders gestalteter, äh, Porsche, äh, Macanis. Ah, das ist mir noch eingefallen. Äh, nach der Weltpremiere des neuen Audi A5, ne, das ist nur ein Verbrenner, folgt Ende Juli mit dem Audi A6 e-tron. Das ist ein sehr interessanter Kombi. Das zweite vollelektrische Modell auf der Premium-Plattform, aber der A5 ist doch kein, also PPE, da meinen sie wahrscheinlich zum Q6 wahrscheinlich, ne. Parallel dazu arbeitet der Konzern mit dem Performance-Programm 14 intensiv daran, seine wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Die Umsatzerlöse lagen mit, im ersten Halbjahr mit 30,9 Milliarden Euro. Wahnsinn! Um knapp 10% unter dem gestarken Vorjahreswert. Das operative Ergebnis betrug 2 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite erreichte nur 6,4%, muss man sagen, weil da sind andere Hersteller schon noch rentabler. Netto-Cashflow 1,1 Milliarden Euro. In den ersten 6 Monaten lieferte die Markengruppe progressive, was bedeutet das jetzt, progressive, was soll das jetzt in dem Zusammenhang heißen? 843.991 Autos aus, 8,2% weniger als im Vorjahrszeitraum. Positiv entgegen entwickeln sich, wie schon im vorigen Quartal, der Anteil der Elektroautos mit 76.657 ausgelieferten Modellen plus 1,3%. Also insgesamt rückläufig und das, was gegenläufig ist, sind die Elektroautos. Natürlich ist die Zuwachsrate jetzt auch nicht begeisternd, aber man muss auch bedenken, der Audi Q8 e-tron ist halt jetzt auch schon eine relativ alte Plattform. Der ist jetzt seit, ich glaube, seit 2018, seit wann gibt es den? Moment, mal gerade gucken. Ich glaube, seit 2018. Übrigens, mein Bruder wird sich wohl ein Elektroauto kaufen. Das ist nun mal so, wir sind jetzt schon auf der Suche, i3 oder Renault Zoe wird es wahrscheinlich werden. So, e-tron, so, Erstzulassung, beliebig. So, jetzt gucken wir mal, ab, kann ich auch bis. So, mehr Filter, Erstzulassung, 2018, kommt da was? Drei, es kommen zumindest drei. Ja, hier, den gibt es schon seit fast sechs Jahren auf dem Markt. Das ist natürlich kein frisches Auto mehr. Audi e-tron 55, Quattro, Advanced, Navi, Matrix mit 21.300 Kilometern. Also, ich denke, so ein Auto kann man sich durchaus zulegen. 38.900 Euro ist natürlich schon viel Geld für ein sechs Jahre altes Auto. Aber der ist natürlich auch kaum gefahren worden. Und das ist einfach ein schönes Auto. Aber was ich eigentlich sagen wollte, der Q8 ist ja praktisch der Audi e-tron. Nur nochmal mit einem größeren Akku, soweit ich weiß. Aber es ist kein wirklich neues Auto. Keine neue Plattform. Es ist alles bekannt und verkauft sich halt nicht mehr so gut. Und deshalb, die neuen Modelle sind noch nicht raus. Und deshalb ist das, denke ich, doch ein kleiner Erfolg für Audi. Auf jeden Fall wird hier dann noch der Finanzvorstand zitiert. Audi arbeitet entschlossen an seiner finanziellen Leistungsfähigkeit. So wie der VW-Konzern Audi. Die müssen sparen, sparen, sparen. Wir befinden uns in einem Jahr des Übergangs. Wir haben uns im zweiten Quartal verbessert. Es liegt aber noch ein anspruchsvoller Weg vor uns. Mit unserem Performance-Programm 2014 steigern wir die Effizienz und erschließen Kosten- und Erlöspotenziale. Und ich bin mir absolut sicher, es gibt einen Haufen. Bei den alteingesessenen Autoherstellern gibt es garantiert einen Haufen Einsparpotenzial. Parallel stemmt unser Unternehmen zahlreiche Anläufe neuer Modelle. Und das kostet auch wieder Geld. So, Entwicklungskosten, die man natürlich auch wieder auf die Lebensdauer, auf den Zyklus, den Lebenszyklus eines Autos verteilen kann. Macht man das aber auch oder zieht man es vor? Bilanz ist halt immer ein schwäges Thema. So, ähm, zu klobig, sagt der Harry, dem gefällt der E-Tron nicht. Der Dirk schreibt, nicht frisch, so wie die meisten Tesla-Duck und Renn. Also, ähm, ich möchte betonen, ähm, dass die eine Formulierung zu Tesla im Refrain, die stammt natürlich vom Dirk. Ne, also wenn das am Sonntag dann kommt, könnt ihr euch bei ihm beschweren. Ja, ich würde so gemeine Sachen nie und nimmer sagen. Äh, der Jay Reich sagt, äh, E-Tron finde ich schön, kann auch recht fortladen. Ja, und vor allen Dingen, der hat eine berechenbare Ladekurve, 150 kW bis 80%. Und das ist absolut alltags- und langstreckentauglich, weil du halt mit dem Auto kalkuliert fahren kannst, ne. Und natürlich sorgt er auch ganz gut, das darf man nicht vergessen. Wobei der Otto von solchen Verbräuchen mit seinem Ioniq 5N, wenn er den tritt, äh, auch nur träumen kann, ne. 33 kWh waren es, glaube ich, die er bei der Benchel so braucht hat. Puh, 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 puh. Olli schreibt, geht da noch mehr Werbung auf der mobile Seite? Ich meine, man erkennt ja sogar noch die Anzeigen. Halbwegs. Da darfst du mich nicht fragen, aber die müssen natürlich auch die Werbepersönlichkeiten bezahlen, die Werbung für mobile.de machen, ne. So wie ENBW auch den Herrn Nico Rosbeck bezahlen muss, der sich jetzt in 2,1 Milliarden AMG von Brennaus Supersportwagen gekauft hat und gleichzeitig Werbung für Elektromobilität bei ENBW macht und für Nachhaltigkeit und so weiter. Das ist der größte Witz des Jahrhunderts, sowas. Ich kann mich so aufregen. Dafür läuft der Audi auch wie ein Loch, genau, Excessfall, habe ich schon gesagt, aber das kam bei dir wahrscheinlich erst verzögert an. Ob es jetzt an dem Leck zwischen meinen Aussagen und dem Übertragen von Twitch liegt oder am Verarbeiten der Informationen durch dich, das lassen wir einfach mal so als offene Frage im Raum stehen. Das Model 3 hat ja mit dem Highland ein Refresh, dir genau. Der dicke E-Tron Sportback steht hier beim lokalen Versicherungsfritzen, finde ich ganz ansehnlich. Genau, Abpraxis. Und der Mike hat, glaube ich, geschrieben. Der Mike hatte den Kassen. Genau, der Mike hatte den Kassen-E-Tron. Jetzt fährt er Smart-Hashtag-One-AMG. Den hat er innerhalb kürzester Zeit kaputt gekriegt. Den E-Tron hat er nicht klein bekommen. Der lief problemlos die ganze Zeit. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Der neue E-Tron an der Persona. Redinio an der Persona. Ah, der Redinio meint, es liegt am Access-Fallen und nicht am Leck zwischen meinem OBS und Twitch. Ist das nicht ein Hybrid-Supersportwagen? Ja, selbst wenn es Hybrid ist, ist es mir vollkommen egal. Ein Zuckerbär kauft sich eine 300-Millionen-Dollar-Yacht und das ist nicht seine einzige. Und schippert damit über irgendwelche Meere. Verbraucht damit in einer Stunde mehr Diesel, als ich im ganzen Jahr an Heizöl verscheppere. Und das für völligen Käse. Der braucht keine Super-Yacht. Die braucht kein Mensch. Warum schreibt man uns vor, wie wir zu duschen haben und wie wir Waschlappen einzusetzen haben. Und dann wird aber rumgechattet von der Bundesregierung. Es wird irgendwelche Klimakonferenzen in der Schweiz gemacht, wo sie mit dem Hubschrauber anfliegen. Und sie haben noch ihre Super-Yachten und 25 Villen. Und uns wird noch vorgeworfen, dass wir auf 80 Quadratmeter wohnen. Alleine. Lauter so ein Kram. Der Mike hat ein Smart-Hashtag-One-Brabus. Nicht AMG. Brabus, AMG, Hauptsache sportlich. Genau, ich meine den Brabus. Danke, Mike. Brabus, Brabus, Brabus. So sieht es aus, schreibt der Redinio. Der Hacker-El war das mit Brabus, Brabus, Brabus. Der Ex-Westfale-Milli ist alt. Das übersehe ich sowas. Schreibt der Ex-Westfale. Moment, hat sich jemand aufgeregt. Der Markus. Was schreibt der Markus? Smart-Hashtag-One-AMG. Ah, da gehst du drüber weg. Das ist in Ordnung. Dankeschön, Ex-Westfale. Zumindest läuft der Smart seit dem Ausfall. Ja, das war ein Zählenproblem. Das war bei den ersten Fahrzeugen wahrscheinlich ein Problem. Die haben das Problem erkannt. Haben es aussortiert. Natürlich hat der Mike auch einiges da mitgemacht. Hat Nerven gelassen. Das kann aber bei jedem Hersteller passieren. Im Otto ist es mit Kia passiert. Im Andi ist es mit dem Ioniq 5 passiert. Ich weiß nicht mehr, wie die junge Dame hieß. Der ist es mit ihrem Hyundai Kona Elektro passiert. Also, das kommt überall vor. Das hängt auch immer davon ab, wie dein Hersteller und dein Autohändler mit der Sache umgehen. Bezos konnte einmal gar nicht anlegen mit der Yacht, weil viel zu groß. Er musste dann neben den Containerschiffen angauen. Ja, Volker, überleg dir das mal. Ich weiß nicht, ob der Bezos auch so ein CO2-Papst ist, der da predigt. Auch ein Microsoft-Chef, der geht's, wohnt ja nicht bescheiden. Der wohnt ja nicht in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Der soll die Klappe halten. Genauso der Zuckerberg. Der soll nicht über CO2 labern. Die sollen die Klappe halten. Die sollen nicht uns erklären, wie wir zu leben haben, wenn sie von ihrem Standard her um Milliarden Kilometer von uns entfernt sind. Wenn dann so ein Afrikaner kommt, der einen Fußabdruck hat wie, ich hätte jetzt fast gesagt, wie ein Zebra, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen selberspitzt formuliert, ich nehme das zurück, aber die ja teilweise in diesen, auch in diesen, die haben ja auch teilweise noch Stämme, die relativ traditionell leben, das natürlich nicht überall in Afrika so ist, weiß ich auch, aber wie heißen die, Nomaden, Tuareg zum Beispiel, Tuareg ist ein Stamm, ein Nomadenstamm, die wirklich in Teilen, auch nicht alle, aber noch relativ traditionell leben und die haben natürlich einen Fußabdruck, der nicht vergleichbar ist mit dem, was wir hier in Europa machen und wenn da so ein Tuareg kommt und sagt, Michael, das was du da machst, ist aber scheiße, dann sage ich, boah, ich finde es geht, aber im Vergleich zu dir hast du recht, du darfst mir das auch sagen, ändern wäre ich es trotzdem nicht, wobei ich ja schon dabei bin, die Sachen zu ändern, ihr erinnert euch, ich kann es dir hier nochmal zeigen, Moment, habe ich es noch, wenn ich gucke nochmal, ob ich es noch habe, habe ich heute auch wieder geduscht, überhaupt kein Problem damit zu duschen, es ist richtig warm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das ausreicht, Moment, war es das hier, ne, ich glaube, das war es nicht, das ist das falsche Foto, Moment, das hier ist nochmal der Zettel vom, ah, das war ein außergewöhnlicher Name heute aus der Breaking Electro News, hat er für seinen 18-jährigen Sohn geschrieben, damit er ihm nicht irgendwelche Woche, Kilowattstundenpreise reinknallt, mal sehen, ob ich es noch habe, ich habe es ja schon mal gezeigt und ja, einige von euch haben sich drüber lustig gemacht, ne, fanden, dass ich es übertreibe, ich finde nicht, dass ich es übertreibe, ne, ich finde es jetzt netter, oder? Hier vielleicht nochmal, hier müsste es ja irgendwo sein, ja, da ist es doch, dann speichere ich das nochmal, speichern unter, downloads, speichern, so, und jetzt müsst ihr auftauchen, so, so sieht das aus bei mir, Leute, so sieht das bei mir im Bart aus, hier, das ist auch nicht der Original, das sieht fast aus, als sei es der Original Duschkopf, aber das hier ist ein Kabelbinder, ne, das ist mit Kabelbindern befestigt, damit ich das sofort, sobald eine attraktive, langhaarige hier mit schlechtem Männergeschmack eingezogen ist, ich das auch sofort spurlos wieder entfernen kann, ne, das ist mir wichtig, hallo und guten Abend allerseits, hallo Sebastian, einen wunderschönen guten Abend, äh, cooler Zettel, sagt der Folge, ja, ich fand's witzig, deshalb habe ich das heute auch zum Schnitzer, der Woche gemacht und ich habe natürlich vorher gefragt, den, ach, der Name ist mir wieder entfallen, aber ich habe ihn gefragt, ist das okay für dich, wenn ich das zum Schnitzer der Woche mache, dass du den Zettel gemacht hast, ich würde dich halt ein bisschen durch den Kakao ziehen und er hat gesagt, ja, kannst du machen, Michi, also ich versuche schon, die Leute nicht vor den Kopf zu stoßen, ne, dass ich das ab und zu mache, weiß ich auch, nur solange das irgendwelche YouTubers sind, wie der Uwe, ist mir ja egal, aber wenn's normale, also, wenn's Zuschauer sind, nicht Influencer, dann tut's mir teilweise dann auch leid, ne, also Heike, das ist kein sehr schönes Bad. Otto? Michi, ganz kurze Frage, einen Coverbinder hast du ja einen sehr, 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 sehr guten genommen, weil bis diese Dame kommt, fällt das sonst allein runter. Das ist ein sehr guter, also das ist ein Kunststoff, der verrottet erst in 35 Jahren, ein Auto. Da wird er dann brüchig, ne, und, ähm, ich finde aber, die Heike, das ist, da muss man wirklich sagen, ähm, die könnte auch in Verkauf gehen. Ich bin gestern mit zwei, ähm, mit zwei Ex-Schulkollegen, den einen hab ich schon, den, der, der schafft halt bei einem Autohaus, wo ich ihn getroffen hab, und ich hab gesagt, hier, wir drei müssen mal zusammen fahren, er ist immer zu dritt gefahren, und, äh, ich hab ihm dann auch immer mal zwischendrin wieder Brot, äh, äh, Mund, Honig um den Mund geschmiert, ne, Honig ums Maul geschmiert heißt das, glaube ich, richtig, und dann hab ich hinterher geschoben, du kannst übrigens auch eine Kanalmitgliedschaft bei mir auf YouTube für 99 Cent im Monat abschließen, ne, und hab dann immer wieder gesagt, ich kann doch bei euch sofort als Autohändler, als Verkäufer anfangen, oder? Ich hab's doch drauf, erst ein Kompliment und dann dahinter direkt die Kaufoption noch hinterher schieben, ne, äh, war ein Scherz, danke Elektro Heike, es war ein Scherz von Heike, ich hätt mich jetzt auch gewundert, weil die Fliesen zum Beispiel, immerhin, ich hab ne Bordüre, ne, ich hab ne Bordüre, die Fliesen sind, die waren wahrscheinlich, als ich sie, äh, rausgesucht hab, 1997, waren die wahrscheinlich schon nicht schick, und, äh, hier oben, die, diese, diese Kunststoffbretter hab ich natürlich auch selbst montiert, ne, da seht ihr das hier hinten, ist auch genagelt, also ist alles nicht ganz so professionell gemacht, aber man kann sich säubern, ne, alle, ähm, Falten, Ritzen werden sauber, lieber Heike, ähm, der Warmbierhasser ist da, Warmbierhasser, äh, alles ist relativ, zumindest sind nur noch Kleinigkeiten, es fährt, lenkt, bremst und macht Spaß, schreibt der Maik, okay, also was jetzt seinen Hashtag Wann angeht, um den nicht vorhandenen Bad geschmiert, genau, aber bestimmt günstig, das, ich kann's, wie gesagt, Heike, ich kann das hier jederzeit wieder wegmachen, ne, und die Fliesen waren nicht günstig, die hab ich in einem Fliesenshop damals gekauft, ne, oben, im Dachgeschoss, wo ich damals eingezogen bin, da hab ich die billigsten Fliesen genommen, die es im Baumarkt gab, weil ich ja eingezogen bin, aber in der Mietwohnung hab ich nicht das billigste genommen, weil ich's ja vermieden wollte, ne, aber heute macht man ja auch Bäder nicht mehr so, ne, mal, ähm, also man fließt die nicht mehr bis, äh, im Duschbereich vielleicht noch bis unter die Decke, aber sonst macht man das ja nicht mehr, das ist, äh, sieht ja heute, würde man sagen, sieht ja aus wie ein Schlachthaus. Nein, Heike, die Fliesen waren nicht günstig. Natürlich, der, ähm, Durchlauferhitzer, der war günstig, den hab ich nämlich für 40 Euro geschossen. Dann hab ich noch 8 Euro für die, ähm, äh, Erweiterungs-Messing, ähm, äh, Adapter ausgegeben, zack, und schon ist die günstige Duschgelegenheit, ähm, äh, fertiggestellt. So, aber, ähm, jetzt noch weiter zur Audi, ich glaub, wir sind wieder abgeschmiffen, liegt aber an euch, ähm, ähm, und zwar, äh, Moment, 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 wo sind wir? Ah, na, sind wir bei Zicker, wir sind ja bei Audi. Ähm, also, genau, im ersten Halbjahr die 8,2% hatten wir schon, äh, und die, äh, die Marke Audi konnte ihre Auslieferung im zweiten Quartal gegenüber dem Aufkrankquartal 2024 um 10% steigern, insbesondere bei vollelektrischen Modellen, was? Ach so, das andere ist Bentley und Lamborghini. Hä, aber hier oben steht auch 1,3%. Michael, und eins noch, die Markengruppe heißt Progressive. Das ist die Marke Progressive. Ach, Progressive 14 ist dann, also, das 14 steht garantiert, ach, Moment, aber das Programm heißt Performance-Programm 14, das 14 steht für 14% Umsatzrendite. Da will ich meinen Arsch drauf verwenden. Markengruppe Progressive, Ducati, also Ducati, Lamborghini, Bentley und Audi drinnen. Okay, 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 aber warum steht dann hier der Anteil der Elektroautos mit 76.000 ausgelieferten plus 1,3%? Ach so, der Anteil an den ausgelieferten ist jetzt plus 1,3%, aber sie haben tatsächlich bei Audi 15% mehr ausgeliefert. Aber der Anteil an den Gesamtauslieferungen ist plus 1,3%. Jetzt habe ich es, glaube ich, erst verstanden. Ich habe es gar nicht kapiert, Leute. Kann das sein, dass ich ein bisschen doof bin? Das ist eine rhetorische Frage. Ich erwarte keine Antwort, Ex-Westfale. Der fängt garantiert wieder an und fällt mit der Tür ins Haus zusammen mit dem Otto. Was sind sie, die zwei? Bauf! Liegen sie auf im Hinteren, ne? Jetzt bekommt er ja. Ja, ja, das war klar, das ist der Ex-Westfale, ne? So diese billigen Shots, ne? Diese, diese Tiefschläge, da ist er ganz vorne mit dabei, ne? Da ist auch unsere Holzhuse, ne? Der Achim. 17% Umsatzrendite, mein lieber Freund, ne? Aber es läuft nicht so richtig gut. Das haben wir gern, ne? Wenn du Grundvoraussetzungen, um beim Porsche angestellt zu werden, die fragen im Vorstellungsgespräch, wie geht's ihnen? Und wenn du dann jetzt sagst, mir geht's ganz schlecht. Mir tut alles weh. Ich hab Hunger. Ich friere. Ich bin nass. Ich seh nicht gut aus. Mein Leben ist ein einziger Misserfolg, ja? Ich könnte ja so hingehen. Das wäre auch glaubwürdig und die Wahrheit, ne? Aber wenn du das nicht überzeugend vortragen kannst, dann kannst du da gar nicht anfangen, ne? Weil die kriegen das Krötzen als Einstellungsvoraussetzung vorgegeben, ne? Schade, da hätte ich die Antwort gewusst, schreibt der Wippel-Dippel. Aha, er hätte auch mit Ja geantwortet. Michael, eindeutig ja, aber Selbsterkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Ich bin gar nicht intelligent genug, um diese Selbsterkenntnis erlangen zu können. Da fehlt mir einfach der, äh, das Verständnis, ne? Das Selbstverständnis. Audi, Bentley, Lamborghini und Ducati arbeiten in der Markengruppe Progressive. Dass die Progressive hieß, oder heißt, hab ich noch nie gehört. Das ist für mich, mir fällt grad, mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Eng zusammen und profitieren auf dem Weg in eine elektrische Zukunft von der gemeinsamen Kraft der Gruppe. Die gewonnenen Synergien geben den Marken die Freiheit, sich auf ihre individuellen Stärken zu fokussieren. Hast du das gerade selbst geschrieben, Autos? Hast du es sehr schön geschrieben, sehr schön formuliert. Prost. Ich kann gut kopieren. Vor allen Dingen, es war kein, kein, ähm, ähm, kein, kein Wortsalat drin, ne? Aber ab und zu, wenn der Otto schreibt, muss ich nachfragen, was willst du mir schreiben? Weil der immer so schnell tippt, dass er dann auch irgendwo etwas drin hat, was man nicht unbedingt gleich verstehen muss. Wobei ich ja immer alles gleich verstehe. Ja? Ist auch nicht so, dass ich mir andauernd widerspreche in so einem Stream, ne? Einmal hü, einmal hot und so weiter. Gar nicht. Äh, man munkelt stark über einen, eine elektrische Ducati. Es wird nie, niemals eine elektrische Ducati geben, so wie es nie, niemals ein Porsche 911 als voll elektrisches Fahrzeug geben wird. Ja, von wegen. Es wird's alles geben. So. Äh, war mir auch neu, dass mit, äh, dem Progressive, auch der Ecker, der Eckhaut, hat's auch nicht gewusst. Ich dachte immer, das ist alles die VAG. Ja, dann gibt's scheinbar innerhalb des VAG-Konzerns nochmal Untergruppen. Wusste ich nicht, noch nie gehört. Aber dieses, ähm, Performance-Programm 14, da würde ich mich festlegen, da geht's um die Umsatzrendite. Dass die 14% erreichen wollen, jetzt sind sie bei 6,4%. So, ähm, der Abraxas wusste es natürlich. Ja, okay. Ähm, wie hat's da, ähm, 0,0 Grad formuliert, äh, wo ich einen Kommentar gesehen hab, wo er die Aktie empfohlen hat, ne, wenn ich mich recht entsinne oder den Kauf des Autos, bin mir nicht mehr sicher. Ja, soll er sich einen Keks von kaufen, ne, hat er halt mal was gefunden. Und das war dann die Gegendarstellung praktisch. So ein, nein, 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 nein. Es gibt schon eine elektrische Ducati auf der Rennstrecke, sagt der Medium. Äh, Michi fährt eine klare Linie, hier und da ein paar Kurven. Ja, und auch mal ein paar Wendemanöver. Lieber Ex-Westfale, ich bin eigentlich der geborene Politiker. Also, äh, 15% mehr abgesetzt, aber der Anteil an den gesamtausgelieferten Fahrzeugen ist um 1,3% gestiegen. So muss man es, glaube ich, lesen. Gründe für den Rückgang um 8,2% waren dem Hersteller zufolge unter anderem die vorherrschenden Lieferengpässe. So, Lieferengpässe für was? Keine Ahnung. Sowie diverse Modellwechsel, die sukzessive Volumen wirksam werden. Wie zum Beispiel der Q6 e-tron, der A6 e-tron. Nur, das sind alles Autos, die sind große Hoffnungsträger für Audi. Vor allen Dingen der A6 e-tron, der wird, glaube ich, im Managementbereich und in den höheren Einkommensgruppen auch als Dienstwagen sicherlich einschlagen. Weil der halt auch für die Flottenpolicy wahrscheinlich passt und so weiter und so fort. Ähm, also ET-Live, lieber Tim. Der Tim fragt gerade, naja, wer hätte gedacht, dass Harley so schnell eine elektrische, äh, bringt, damals? Harley hat einen deutschen, äh, CEO, der stammt aus Deutschland. Und wenn ihr jetzt Harley hört, was würdet ihr sagen? Ist Harley ein, also einfach mal so vom Bauchgefühl her, ihr habt ja sicherlich das mit dem Vogue mitbekommen, LGTBQ plus, A plus, glaube ich, heißt, also alles so rund um, ähm, dieses Divers, ähm, Diversity, Equity, Inclusion, ne? Da gibt's ja Unternehmen, die da an vorderster Front sind, die dann, ähm, irgendwelche Transveranstaltungen in USA, äh, sponsern, die alles mögliche in Regenbogen oder noch in, in, in zusätzliche Farben, die noch andere Sachen repräsentieren, äh, äh, verhüllen, ne? Und die halt auch ihren Mitarbeitern, äh, solche, äh, Kurse zu DEI und auch zu richtigen, äh, Gendern, zu den Geschlechtern und so weiter, zwangs, oder zu Fortbildung anbieten und sagen, ihr müsst dorthin gehen, ich will nicht sagen, dass es Zwang ist, würdet ihr erwarten, dass Harley zu diesen Unternehmen in den USA gehört? Eins im Chat, ah ne, kommen wir mal an eine Umfrage, ob ihr das erwarten würdet. Harley, wie gesagt, ähm, Easy Rider war damals ein Film, der Harley groß gemacht hat, ne, wo es um Freiheit ging, um politisch nicht korrekt, ne, und so weiter und so fort. Mal sehen, was ihr sagt. Also, Slash Poll. Aha, ist Harley wog? Wog? Fragezeichen. Ja, nein. Das ist ja auch, bist du als Unternehmen politisch oder bist du nicht politisch? Also, wenn ich CEO wäre von einem Unternehmen, warum taucht das jetzt nicht auf? Seht ihr die Umfrage? Ah ja, doch, müsste da sein. Also, ähm, wenn ich CEO von irgendeinem Unternehmen wäre, ne, ich würde ganz klar ausgeben, Politik hat hier nichts verloren. Wir wollen unsere Kunden zufriedenstellen, die sollen ein gutes Produkt bekommen zu einem fairen Preis und wir wollen möglichst viel Geld verdienen. Und da würde die Geschichte zu Ende sein. Weil sobald du anfängst und politisch wirst, wirst du immer einen Teil deiner Kundschaft vor den Kopf stoßen. Und die werden sagen, was? Der macht da und dafür, der ist für die SPD. Ne, ich bin aber CDU. Ich kaufe mir das Produkt nicht mehr. Und deshalb als Unternehmen politisch zu sein oder als Unternehmer nach außen hin, halte ich für einen Fehler. Kannst du privat dich natürlich äußern, ne? Aber nicht in deiner Funktion als Unternehmen. Nicht offiziell von Seiten des Unternehmens. Das Unternehmen muss immer neutral sein. Und schon gar nicht in die politische Gesinnung der Mitarbeiter einmischen. Jeder soll das machen, was er für richtig hält, solange er sich in den Leitplanken, die von der Gesellschaft vorgegeben sind, bewegt. So, gucken wir mal, was ihr, ähm, ich stimme nicht mit ab, weil ich weiß, was es ist. Ich habe einen Passat GTE. Ich hasse dieses Autodienstkarre, schreibt da Bröselstein. Lieber Bröselstein, ID7 könnte vielleicht irgendwann was werden. Ist auch vom Preis her, glaube ich, jetzt in der Range, wo du dann die 0,25 jetzt im Jahr 2024 in Anspruch nehmen könntest, ne? Oder halt der A6 e-tron. Aber da ist die Frage, ob du vom Passat GTE von Seiten deines Arbeitgebers da umsteigen kannst, ne? Dass du den hast, finde ich aber schon hart, weil normalerweise Passat ist ja schon ein solides Auto, ne? Sagt das Elon? Ja, halte ich auch beim Elon für einen Fehler. Ähm, ich finde gut, was er mit X macht, aber er sollte sich selbst politisch zurückhalten. Wobei er da ja, ist er da? Ja, gut, er ist halt als X-CEO, macht er da schon, äh, äußert er sich. Also, ähm, 64% sagen ja, es haben aber auch nur 25 abgestimmt, 36% sagen nein. So, ich gebe jetzt hier einfach mal ein, äh, hier wieder mein Bart, ähm, Harley Woke, einfach nur mal. Äh, hier, Harley Sparks by Codcall for going totally Woke. Also, da gibt's, da gab's einen Twitter-Post von so einem, der wohl Woke-Unternehmen aufdeckt, so wie Bart Light zum Beispiel, ne? Und, äh, hat dann mal die Policies von diesem, von Harley Davidson und natürlich dem deutschen CEO, der das dort implementiert hat, auf Twitter veröffentlicht. Das ist wohl wirklich Firmenpolicy. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir zwar vorstellen, dass es auch unter den Harley-Fahrern, äh, Leute gibt, die das begrüßen, aber ich glaube, die meisten Harley-Fahrer sind eher noch traditionell unterwegs. Und jetzt überlegt mal, in den USA hat's das ja schon gegeben, dass dann auch diese konservativen Kräfte, Unternehmen komplett boykottiert haben und gesagt haben, ich kaufe da eine mehr. Ich kaufe jetzt statt Bart Light, kaufe ich mir Miller Light oder so. Einfach ein anderes Bier. Und da haben die richtige Umsatzeinbußen gehabt, weil sie als Unternehmen unbedingt politisch werden mussten. Und da geht's dann wohl auch um irgend so einen Faktor, den man bekommt, um dann irgendwelche Mittel auch noch zu kriegen oder so. Also das, das hat alles auch wieder finanzielle Hintergründe. Wirklich dahinter stehen, tun diese Unternehmen in der Regel nicht. Das sieht man auch an deutschen Unternehmen, die ihre, äh, 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 Twitter-Accounts in Deutschland dann zum, zum, äh, Pride Months in, in Regenbogenfarben einfärben. Aber der arabische Account, der, der, weiß nicht, was, ich will jetzt wissen, was noch für, für, halt so, auch islamische Staaten, da wird nix in, äh, Regenbogenfarben eingefärbt, weil das natürlich für einen Skandal sorgen würde und zu Umsatzeinbrüchen. Und deshalb geht's immer wieder nur ums Geld. Und deshalb als Unternehmen, ich wär unpolitisch wie nur was. So. Äh, in USA kaufen die sich ja eh die Präsidenten. Ja, das ist, vor allen Dingen, da kann ich nur immer wieder den, ähm, den Comedian, ähm, zitieren, der da auch gesagt hat, wir können nur zwischen zwei Parteien auswählen. Wir haben nur drei oder vier große Mineralöl-Konzerne. Aber wir haben hunderte von Geschmacksrichtungen bei, ähm, bei Donuts, um den Eindruck zu haben, dass wir irgendwo die Wahl haben. Aber in Wirklichkeit haben wir keine Wahl. Und das seh ich so wie er. Und, ja, okay, aber das war jetzt Politik genug. Und Talia hat jahrzehntelang das Modding- und Schrauber-Image gepflegt, was bei aktuellen Generationen auch nicht mehr so gut ankommt. Die wollen sich nicht mehr die Finger dreckig machen an ihren Maschinen. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, Wuschel, es gibt heute immer noch genauso diese Schraubwurz-Szene, wie es sie die vor 30 Jahren gab. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Dass natürlich grundsätzlich das Interesse an Autos bei den jüngeren Leuten nicht mehr so groß ist wie jetzt bei unserer Generation, wo wir jung waren, das glaube ich auch. Dass da das stetig bergab geht. Aber der Anteil derer, die dann noch schrauben von diesen Leuten, die sich noch für Autos interessieren, ist, glaube ich, gleich geblieben. Also das glaube ich nicht, dass sich da wirklich großartig was verändert hat. Es gibt immer noch, die GTI-Treffens waren immer noch erfolgreich. Wurde ja irgendwann 1990er Jahre, glaube ich, ins Leben gerufen. Und das war denen da unten, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, irgendwo in Österreich hat das stattgefunden. Denen war das immer noch zu viel, auch im Jahr 2023. Deshalb ist das ja dort verboten worden. Darf ja, glaube ich, nicht mehr stattfinden. Findet deshalb jetzt in Wolfsburg statt. Passiert vielleicht am Wochenende hin. Wenn da halt viele YouTuber sind, aber ich würde ja gern, Sonntagabend stelle ich aber erst die BMW-Hymne vor. Aber ich würde ja gern mit der BMW-Hymne da drauf fahren. Da müsste ich vielleicht noch vorher eine machen, wo ich VW noch disse. Harley ist wie ein E-Auto, Zielgruppe, alte, weiße Männer. Harley-Fahrer heutzutage müssen viel Geld haben. Das steht außer Frage. Hatte mal eine Pule hier. Glaubt, das war auch Harley-Basis. Ja, die Dinger haben sich wohl die Schrauben aus den Fassungen rausgeschüttelt, ne? So tolle Motorräder waren das. Ja, klar gibt es die Szene noch, aber sie ist nicht mehr groß genug und reich genug, um eine Firma am Leben zu halten. Okay, Buschel. Also glaubst du tatsächlich, dass das eine gute Idee ist? Nur mal jetzt keine Kritik. Ich habe halt meine Meinung und ich weiß, dass viele da eine andere Meinung haben. Ich sage halt, wenn ich ein Unternehmen bin, was jetzt nicht im dritten Reich, um das klar zu sagen. Ja, wobei da sich ja auch keiner geäußert hat. Da haben sie ja auch sich weggeduckmäußert, die Unternehmen, ne? Das wird immer nur dann gemacht, wenn es einem nichts kostet, also sozusagen Gratis-Mut. Ganz im Gegenteil, wenn man sich davon auch noch Benefits verspricht, ne? In irgendeiner Form. Aber würdest du als Unternehmen jetzt, wenn du in Deutschland wärst, ne? Du bist ein mittelständischer Klempner-Betrieb, ne? Der vielleicht vier, fünf Filialen hat, ne? Und auch einen guten Marktanteil. Würdest du da als Chef hergehen und würdest sagen, CDU finde ich super, die muss man unterstützen. Oder würdest du sagen, ja, ich habe privat eine politische Meinung, aber die hat mit meinem Geschäft nichts zu tun, da halte ich mich raus. Oder würdest du als Unternehmen dich wirklich aktiv beteiligen, würdest du vielleicht noch Parteispenden machen, im erlaubten Rahmen natürlich. Ich würde das nicht machen, sage ich dir ganz ehrlich. Wörthersee-GTI-Treffen, genau, das habe ich gesucht. Ah, also der Tim war auch ein paar Mal am Wörthersee, aber mit dem BMW. Okay, also es wird in Wolfsburg wahrscheinlich nicht so abgehen, wie es am Wörthersee abging. Man muss aber auch klar dazu sagen, wenn das ein GTI-Treffen ist, ist das ja kein Elektroauto-Treffen, ne? Ist halt auch wieder, ja, schön Parteispenden und meine Meinung durchdrücken. Würde der Moik machen. Okay, ist auch eine Meinung. Ich, wie gesagt, würde mich nur auf das Produkt, also geschäftlich nur auf das Produkt konzentrieren. Das Unternehmen hat keine politische Meinung, sondern es will den, der da ist, das Ziel, den Kunden zufriedenzustellen und möglichst viel Geld zu verdienen. Sonst nichts. So, der Wuschelt schreibt, und mittlerweile ist auch der Aftermarket für Non-Harley-Modding-Teile extrem exportiert, sodass man auch Shopper von Yamaha oder Honda super customized bekommt, was bis in die 90er halt nur bei Harley in dem Ausmaß gut ging. Wobei, ein Kumpel von mir, der hatte auch so eine Suzuki Shopper und die war auch mit allem Möglichen ausgestattet. Mittlerweile fährt er aber auch so eine Susi Enduro, wollte sich jetzt auch, also so eine Art 1150er GS, was bei BMW das Fahrzeug ist und das halt von Suzuki, so einen fetten Reisetourer. Er wollte sich auch eine 1150er kaufen, aber er fährt jetzt noch das olle Motorrad weiter. Okay, aber noch zurück zur Audi. Da waren wir ja eigentlich. Also, ich weiß nicht, wie wir immer wieder hier vom Thema abschweiben. Wenn du politisch auch die richtigen Kontakte pflegen würdest, hättest du bestimmt schon die Zufahrt für deine... Keine Frage, Ex-Westfale. Es gibt hier einen Landtagsabgeordneten bei uns im Kreis, der hat eine Maschinenhalle gebaut. Dessen Nachname ist gar nicht so viel anders wie meiner. Der ist in der CDU, ist kein Landwirt und das war wohl außerhalb der Ortsgrenzen. Also, und ich will nicht wissen, wie da die Zufahrt aussieht. Das da steht außer Frage, Ex-Westfale. Aber ich bin kein Netzwerker, ich kann das nicht. Mir wurde von der SPD, CDU, FDP und den Grünen früher angeboten, mich über deren Liste in den Stadtrat wählen zu lassen. Nein, danke. Ich eigne mich nicht für parteigehorsam. Eine gute Idee ist eine gute Idee, egal woher sie kommt. Danke, Dirk. Bin ich voll bei dir. Und gerade auf kommunaler Ebene ist für mich wichtig, dass die Entscheidungen und die Richtungen, in die es geht, für den Landkreis und für die Leute dort gut ist und nicht irgendeinem Partei, einer Partei-Ressort folgt, ne? Eine Intruder. Genau, eine Suzuki Intruder war das, glaube ich. Für alte Leute, die das Bein nicht mehr über ein richtiges Motorrad schwingen können. Ich glaube, das war's. Warte mal. Suzuki Intruder. Da gucken wir jetzt gerade nochmal. Wir kommen gleich wieder zur Audi. Ihr wisst ja, dass das hier ein Labor-Stream ist. Beschwert euch nicht. Ja, ich glaube, das ist sie. Aber eine 1100er war's, glaube ich. Also, sie war schon relativ groß. Ich glaube, sowas hier. Genau. Oder eine 1400er. Genau. Sowas in der Richtung war's. So ein Teil. Und das war auch mit allem möglichen Schnickschnack ausgestattet. Ich habe mich aber drüber lustig gemacht. Und habe gesagt, aha, da hat wohl einer Minderwertigkeitskomplexe. Aber so auch in Schwarz, ne? Aber er hat sie kaum gefahren. Weil es halt auch kein wirklich toll zu fahrendes Motorrad war, ne? Also mit so einer Sporttourer, mit einer Tourer Enduro, heißen die so? Tourer Enduro? Oder Enduro Motorrad oder Sport Enduro? Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Also da bist du auf jeden Fall besser unterwegs, ne? Es fahren ja ganz viele, die viel Motorrad fahren, fahren die 1150 GS, weil das einfach das beste Motorrad dafür ist. Can M. Spider, sagt der Ex-Westfale. Hast du ein Motorrad der Ex-Westfale? Könnte ich mir bei dir auch vorstellen, dass du so ein kleiner Easy Rider auch bist, ne? So ein bisschen die Freiheit genießen auf den Landstaaten. Ja, das glaube ich jetzt nicht, dass der Ex-Westfale auch vorstellen. Aber das wäre dann vielleicht eher sowas. Ne? Obwohl, ob ich das zeigen darf? Ah ja, doch, das hier kann ich zeigen. Hier sowas wäre, glaube ich, eher für ein Ex-Westfale, ne? Wenn der mal richtig wild aufdrehen will, dann kauft er sich sowas, ne? Bevor er sich die Can-Am kauft. Ne? Auch hier mit schönem Koffer hinten drauf, ne? So wie ich das auf meinem E-Bike hatte. Ähm. Und schöner, großer Windschutzscheibe. Momentan aber nicht auf Lager. Ist aber elektrisch, ne? Roll-Elektro Maximus MX3 E-Trike Elektromobil 25 kmh schnell. Ex-Westfale, was sagst du? Das wäre doch was für dich. Soll ich dir den Link schicken als E-Filiad? Schenke ich dir gerne als E-Filiad, wenn Interesse besteht. Ähm. Sporttouro. Ja, also meine GSX 1100F ist ja eigentlich auch eine Sporttouro. Aber ich meine eher eine Tourer Enduro, ne? Also sowas hier. Moment, äh, GS BMW 1150 GS. Na, hier ist sowas. Das fahren, glaube ich, die Leute, die wirklich Touren fahren, die wirklich auch mal quer durch Europa fahren und das Motorrad auch nutzen, um damit Kilometer zu machen. Weil auch wenn du auf so einem Sportmotorrad sitzt, du kriegst ja nur Rückenschmerzen, der Arsch tut weh, die Knie tun weh. Da sitzt ja wieder auf dem Schleifstein, wie es immer so schön heißt. Und deshalb lieber was, wo du entspannt sitzt. Also die Freundin von dem Kumpel, äh, ne, die Freundin. Die Ex-Freundin, die jetzige Frau, die ist dann auch schon mal auf dem Motorrad hinter ihm eingepennt. Ne? Also, die hat dann auf dem Motorrad, während sie gefahren sind, ist sie eingeschlafen. Wir sehen uns beim Ben-Treffen, das gibt Ärger. Wie gesagt, Ex-Westfale. Wenn das Ärger gibt... Otto? Ich will nur sagen, du bist bei BMW ungefähr vor 20 Jahren stehen geblieben, glaube ich. Wieso ist die 1150 GS nicht mehr aktuell? Alter, die fahren jetzt die neue ist ein 1300er schon. Da hat es inzwischen ein 1200er gegeben und ein 1250er und die neue ist die 1300er. Das gibt es ja nicht. Also so lange kann das nicht her sein. Ah, aber danke für die Information. Der Otto ist ja Motorrad-Tuner. Aber Ex-Westfale, wenn du kommst, dann sage ich einfach, Mensch Michael, beruhig dich doch. So, äh, ah, du meinst eine Reise-Enduro, sowas wie meine alte... Genau! Die Afrika Twin war auch so ein klassisches Reise... Ja, nicht direkt Geländemotorrad, sondern halt ein Reisemotorrad mit entsprechender Bereifung. Absolut langstreckentauglich, ne? Jetzt gucken wir gerade mal GS 1300. Sehe, ob es das überhaupt gibt. Der redet doch bestimmt Unsinn. Siehste, gibt's nicht. Wusste ich. Kommt hier sofort, gibt's nicht. Ähm, Kymco CV3 für alte Männer, die geht auch gut in Kurven. Dann ist das so, lenkt vorne mit wahrscheinlich, ne? Aber das macht die Can-Am ja auch. Mal sehen, was ist das? Die L50er war die letzte Produktionsdatum 2003. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Bin ich aber echt nicht mehr. Ich weiß noch, ich hab mal von der Suzuki Katana, hab ich mal geträumt, ne? Die waren 80er-Jahren, glaube ich, dass das Motorrad überhaupt... Die gibt's aber wieder als Tausender. Aha, aber ich glaub nicht die, die ich damals, ähm, cool fand. CV3. Ah, das ist jetzt CV... Immer nochmal CV3, muss ich noch eingeben. Ja, muss man auch mögen, ne? Das ist auch schon was für spezielle Leute. Aber ist vielleicht sicherer zu fahren als ein normales Motorrad, ne? Äh, als Auto- und Radfahrender... Otto? Bei den Dingen vergessen, die Leute beim Stehenbleiben öfters die Füße zu runter und du fällst auch um, obwohl es ein Dreirad ist. Ach ja, ich dachte, das würde stehenbleiben. Das ist auch wieder... Again what learned. Als Auto- und Radfahrender Harzer habe ich Motorräder gegenüber sehr gemischte Gefühle, habe schon mehr als eine Vollbremsung hinlegen müssen, weil die Motorradfahrer Kurven schneiden. Im Überholverbot auf alles... Weiß nicht mehr, wie viel ich schon fast von der Motorhaube kratzen musste. Ja, Motorradfahren hat was mit Hirn zu tun. Deshalb fahre ich kein Motorrad mehr, weil es mir zu gefährlich ist. Es ist einfach viel zu gefährlich. Ich dreh durch. Wenn ich auf dem Motorrad sitze und eine Weile gefahren bin und dieses Angstgefühl wieder weg ist, dann fange ich wieder an zu fahren, wie der Letzte bekloppte. Und ich weiß ganz genau, wenn ich mit dem Motorradfahren wieder anfangen würde, ich würde mir irgendwann Kopf einrennen. Und ich habe keinen Bock drauf, mir da schwere Verletzungen oder tödliche Verletzungen zuzuziehen. Das muss nicht sein. Das reicht mit dem Rennrad. Fahr einen Moment im Geschäft. Ab und zu mal einen E-Reller von Zio. So 125er Größe. Voll geil, das Ding. Da macht Elektro Sinn im urbanen Bereich. Sehe ich auch so. Doch gibt es die Wahr auf dem BMW Motorrad-Ds? Ja, ich habe sie auch gezeigt. Das war ja Spaß. Hier ist die, warte mal, da ist die 1300 Euro. Ist natürlich auch sicherlich ein tolles Motorrad. Aber es ist kein richtiges Geländemotorrad, sondern das ist ein Motorrad, wo du richtige Reisen machst und halt dann auch mal über unbefestigte Straßen fahren kannst. Ja, aber Michael, da gibt es auch wieder, verstehe, da hast du die GS, dann hast du die Adventure. Es gibt ja die Untermodelle. Oder die GT, das ist dann eben für die Straße und so. Ja gut, ich kenne mich nicht aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist, ich bin raus, du merkst das ja, Katana. Gucken wir nochmal, ob da die ursprüngliche, das ist jetzt schon die neue. Ich glaube, das ist die alte. Das müsste die alte sein, die 1100er. Das war einfach, das war so im Kartenquartett, das müssen 80er Jahren gewesen sein. 1982, ja, da war ich 10 Jahre alt und da habe ich von solchen Dingern geträumt, von solchen Motorrädern. Oder dann auch die Kawasaki, das ist Kawasaki ZX-10, glaube ich. Da war ich aber schon was älter. ZX-10, 1990, 1988, ja. Irgendwann um die Zeit kam die raus, ne. Und wir haben uns da beim Suzuki-Händler die Nasenblatt gedrückt und sowas muss es irgendwann mal sein. Und da habe ich ja mit 26 erst Führerschein gemacht. Da war meine Mutter nicht begeistert, ne. Da hat sich direkt Sorgen gemacht, aber ich habe es trotzdem. Ich war ja immer ein knader Mann, der sich von der Mama nichts hat sagen lassen. Ich bin früher mal in der Honda Twin gefahren, war lustig. Honda Twin war auch in der Reise-Enduro, wenn mich nicht alles täuscht. Royal Enfield gab es auch als Diesel-Eckard. Michi schweigt in Erinnerung. Ja, so war das früher, Heike. Du bist da zu jung früher, du kennst das nicht. Die Heike und Norbert habe ich ja auch im Rahmen der Band-Challenge getroffen. Die sind beide, wie alt seid ihr? Norbert schätzt sich Anfang 30, du Ende 20 ungefähr. Die können da beide nicht mitreden. Suzuki Bandit 600 hatte ich. Die hätte ich auch fast mal gekauft, aber ich habe dann die gekauft. Honda CB 600. Aber auch eine ältere. Moment mal, 1900. Was war es für ein Baujahr? Ich glaube, 96. 96? Hier wird komplett zugemacht. Achso, die CB. Nee, die, 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 ähm. Ja, nee, halt. Hier, die. Honda CB. Warte mal. Nee, ohne Verkleidung war die. Wie hieß die denn? Ohne Verkleidung ist die CB und mit Verkleidung ist die CB, ja. Ja, und warum kommt hier, wenn du mal 1900, war das doch älter, das Motorrad, 1989, machen wir das mal? Ja, man gibt Hornet, denn. Nee, war ja keine Hornet. Warum kommt da nicht? Die, die, hier kommen nur verkleidete Maschinen. Die war aber unverkleidet. Halt! War das doch, das war eine Honda. Ach, Honda vor allen Dingen. Honda. Ich glaube, da was kommt. Nee. 1996, meine ich, war die. Aber die sah nicht so aus. Oder war das 750er? War das das 750er? Ja. Die war's. Und zwar auch in der Farbe. Das war sie. Die hatte ich als erstes Motorrad. Ich durfte ja gleich, weil ich so alt war, durfte ich gleich den großen machen. Die hatte ich als Motorrad. War ein schönes Motorrad, aber sobald du 120 gefahren bist, der Wind war einfach übel. Und deshalb habe ich mir dann diese 1100F gekauft mit großer Scheibe vorne, damit du auch Windschutz hast. Die CB 750 war's, nicht 600. Das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt, ne? Aber egal. Also, mit den neuen Modellfamilien des Audi A5, der gerade Premiere gefeiert hat, und des Audi A6 e-tron, das wie gesagt ist ein Hoffnungsträger, den wir in die Juli vorstellen, machen wir nach der Premiere des Audi Q6 e-tron im Frühjahr nun direkt den nächsten Schritt bei unseren Modellanläufen. Mit über 20 Anläufen in den Jahren 24, 25 erweitern und verjüngern wir unser Portfolio. Und so ein Portfoliowechsel sorgt natürlich auch immer dafür, dass es erstmal Absatzrückgänge gibt. Und wenn du ein altes Produktportfolio hast, dann wird das halt von Jahr zu Jahr weniger bei den Verkäufen und du musst immer größere Nachlässe geben. Das ist beim Verbrenner so und warum soll es beim Elektroauto anders sein, ne? Es ist natürlich genau das Gleiche. Es wird dann aber von den Gebrauchtwagenhändlern und von den Autohändlern so dargestellt, als sei es irgendwas Elektroautospezifisches. Und genauso, dass sich Gebrauchtwagen nicht verkaufen gebrauchte Elektroautos. Nicht an den zu hohen Preisen. Die haben die Dinger eingekauft, als sie jeden Preis für so ein gebrauchtes Elektroauto abrufen konnten. Und jetzt glauben die, sie könnten es immer noch. Der Markt hat sich verändert und die müssen die Preise runtersetzen. So einfach ist das. Ne, ne, auch keine Goldwingbeer. Du kannst doch mit einer Goldwing schnell fahren. Auch damit kannst du dich... Beinahe wäre es passiert. Auch damit kannst du dich wickeln und schwer verletzen. Ich habe da keine Lust drauf. Im Auto habe ich was um mich. Stell dir vor, ich wäre mit dem Motorrad in die Wildsau gefahren. Da wäre ich auf jeden Fall tot gewesen. Da wäre ich ja... Hunderte von Metern wäre ich da geflogen. Selbst so ein kleines Moppelchen wie ich hätte dann plötzlich Flügeln gehabt. Ne, ne, gar nichts Accessoire. Auch keine Honda Helix. Ist das so ein kleines? Ist das dieses Vierzylinder... Ne, dieses Viertakt-Ding. Was ist das? Warte mal. Ne. Oh! Hast du so einen Roller? Ach du großer Gott. Wie hießen denn diese kleinen Hondas? Diese 50er mit Viertakt-Motor. Sowas finde ich ja cool. Warte mal. Monki. Monki, genau. Ja. Die fand ich früher aussüß. Ah, waren 125. Die Dinger, ne. Aber wenn die kommen, du denkst im ersten Moment, da kommt ein richtiges Motorrad. Und dann kommt plötzlich so ein fahrender... Ja, wie soll man das nennen? So ein fahrendes Kinderfahrrad mit Motor kommt da angefahren, ne. Ne, Spähbrenner. Monki, da bin ich bei dir, Spähbrenner. Aber selbst das brauche ich nicht. Denn ich habe ja etwas, was besser ist als so gut wie jedes Motorrad. Wobei es nutze ich am Wochenende ja auch nicht. Ne, das nutze ich zum Einkaufen. Aber damit bin ich jetzt echt schon 250 Kilometer knapp, haben wir mittlerweile auf der Uhr. Und damit fahre ich ja keine Touren. Das ist ein reiner Lastesel. Ich habe mittlerweile auch den defekten Kurbelarm, den ich selbst kaputt gemacht habe. Und das Gewinde habe ich weggeschafft. Aber das Ding hier... Nein, nicht die Dame, sondern... Okay, ich stelle die Unterstützung mal auf 5, höchste Stufe. Ich bin mal gespannt. Ui! Warum ist das Bild so schlecht? Ja, das Ding hat Dampf. Ei, 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 das hat Dampf. Und ich muss sagen, meine Meinung zu diesem Fahrrad hat sich bis heute nicht geändert. Ich liebe dieses Mockwheel. Natürlich ist es ein Schwerlastrad eigentlich. Das ist nichts, womit du jetzt mal durch den Wald prügelst oder so. Und du willst da auf jeden Fall, dass Energie im Akku ist. Auf der Ebene kein Problem. Aber sobald es ein bisschen berghoch geht, Mann, ist das ein schwerer Bock. Also, aber fährt sich super. Laudelei auf der Monkey war ein witziges Bild. Ja, der hatte ja auch eine Twizy. Wie er da reingekommen ist, ist mir auch nicht klar. Ein Möbelchen, ein Moppelchen, Heike. Guck doch mal Royal Enfield Himalayan. Ist das eine elektrische? Haben die mittlerweile eine elektrische Eckraut? Ich glaube, das interessiert aber keinen, was wir hier gerade wieder labern. Mal gucken, Bilder. Ach, guck mal. Das ist ein richtiges Motorrad, ne? Ich habe halt nur die, wenn ich Royal Enfield höre, habe ich immer dieses Dieselmotorrad vor Augen, ne? Was halt so gut wie kein Sprit verbraucht, ne? Super effizient, aber nicht zu fahren. Nicht elektrisch. Also wenn, dann würde ich was Elektrisches wollen. Ich möchte nichts mehr haben, wo ich mich auch mit Anlastern und mit Zündkerzen und mit Ölwechsel rumschlagen muss. Habe ich gar keinen Bock drauf. Akku und fertig. Das funktioniert immer. Also ein bisschen nach meiner Erfahrung. So, aber noch zurück zu den Hoffnungsträgern. Finanzielle Performance, verbessertes ESG-Rating. Im zweiten Mal freiwillig ein Rating von ISS ESG unterzog und sein Vorjahrsergebnis verbessert. Auf einer Skala von A plus bis D minus erreichte Audi die Bewertung B minus und erzielte damit eine der höchsten Bewertungen von insgesamt 49 Firmen im Automobilsektor. Unser Ziel ist es, zu den Besten unserer Branche zu gehören. Wir sind überzeugt, dass eine gute Nachhaltigkeitsperformance und finanzieller Erfolg langfristig Hand in Hand gehen. Dieses Zusammenspiel trägt dazu bei, Audi zukunftssicherer zu machen. Finde ich sehr gut. Hier noch zum Q8 für das Gesamtjahr. Ein Umsatz von 63 bis 68 Milliarden. Eine Umsatzrendite von 6 bis 8 Prozent. Was ja auch noch auskömmlich ist, ne? Aber reicht denen halt nicht. Bislang hatte Audi eine Spanne zwischen 8 und 10 Prozent erwartet. Grund für die Anpassung sind erwartete Restrukturierungsaufwendungen in Belgien. Das Werk für den Q8 soll ja eventuell geschlossen werden. Beispielsweise infolge einer alternativen Nutzung oder gar Werkschließung in Brüssel. Brüssel ist Belgien. Ja, müsste passen. Brüssel ist Belgien. Ja, mein schon. Wo zuletzt das Elektromodell Q8 e-tron produziert wurde, der künftig in Mexiko montiert werden könnte. Oder vielleicht auch gar nicht mehr gebaut wird. Vielleicht lassen sie ihn ja auslaufen. Weil vielleicht auch zwischen dem Q8 e-tron und dem Q6 e-tron zu wenig Platz ist. Und der Q6 e-tron halt von der Technik dem Q8 e-tron, muss man leider sagen, überlegen ist. Schick ist er. Ja, keine Frage. Schick ist er. Aber elektrisch muss es sein, ne? Also Motorräder finde ich immer noch schön. Also wenn da ein schönes Motorrad an mir vorbeifährt, dann gucke ich mir das auch gerne an. Aber ich selbst auch, wenn es aufsteigen, das kommt nicht mehr in Frage. Es ist einfach, es ist rum. Es ist rum, ein Elektroroller vielleicht nochmal. Aber das brauche ich eigentlich auch nicht, weil ich ja mein Mockwheel-Fahrrad habe. Das hat gute Schutzbleche. Du wirst nicht nass, wenn auch mal die Straße ein bisschen feucht ist. Das hat genug Dampf, ne? Dass du auch flott genug bist. Und ich brauche es ja wirklich nur für Besorgungsfahrten, ne? Oder irgendwo, wenn schönes Wetter ist, kannst du auch mal irgendwo nach Fulda fahren, dich treffen oder so. Brauchst du das Auto nicht zu nehmen. Und da kommst du dann kaum noch auf Kilometer, was das Auto angeht, ne? Ich bin jetzt bei 17.000. So, und das ist ja auch nur so viel geworden, weil ich die Ben-Challenge, die ich ja gewonnen habe, gegen den Erich und den Otto, weil ich die halt gefahren bin, ne? So, ähm... Ja, nur weil du die Weckpunkte nicht eingehalten hast. Oh, du Arsch! Jetzt fängt er wieder an und provoziert. Also knapp 17.500 Kilometer habe ich mittlerweile drauf, ne? Also, ähm... Und er wird jetzt am 28. Juli wieder zwei. Müssen wir auch eine große Feier machen. Der 28. Juli ist am Montag, ne? Dann, wenn der Hyundai Ioniq 5N hoffentlich kommt. So. Aber egal. Also fürs zweite Thema haben wir keine Zeit mehr. Wir haben jetzt schon wieder zwei Stunden rum, weil der Otto die ganze Zeit dazwischen gequasselt hat. Wieder mal undiszipliniert ohne Ende. Beschwert euch aber beim Otto nicht bei mir, ne? Audi, mach ich mir erstmal keine Sorgen, weil da kommen jetzt... Also vor allen Dingen der A6 e-Tron. Von dem verspreche ich mir einiges, weil das eine Fahrzeugklasse ist. Da sind hohe Margen drin. Und das wird garantiert ein richtig tolles Auto, ne? So, große Feierweilen nicht zu erwarten. Was soll denn das wieder heißen? Such mal, also selbst ein 00 Grad, der in seinen Fisker Ocean in einer Art und Weise verliebt war. Und von diesem Auto überzeugt war. Selbst der hat nach einem Jahr die Reißleine gezogen und das Auto wohl verkauft. Ne? Oder Michi fährt dann schon zwei Jahre Biber. Das ist für einen YouTuber eine herausragende Leistung, oder? Einzel-Chat, wenn ihr es auch so seht. Oh, jetzt habe ich ein bisschen geschlürft, so. So, und jetzt kommen wir zu den Michi-Stütz, ne? Mal sehen, wo das losgeht. So, hier geht's los. Vor zwei Stunden mit dem Ingo. Ich nehme mir mal ein Zettelchen. Dann schreiben wir uns das mal auf hier. So, 27 Monate ist der Ingo dabei und schreibt, allen einen wunderschönen Abend an diesem sonnigen Tag. Lieber Ingo, vielen Dank. Very good times. War es sonnig bei euch, bei uns war es bewölkt. Der Gartner ist seit 38 Monaten dabei, schreibt nichts dazu. Thank you very much. Very good times. An dieser Stelle auch mal an alle, die mich unterstützen. Vielen Dank für die Blumen. Ist er nicht süß, der Biber? Ist er nicht süß? Der Tida hat 10 Bits gechiert. Lieber Tida. Das ist ja kein Problem. Was ist das? Dann der Thorsten, aka Don Carlos. Vielen Dank, lieber Thorsten, der auch zum Bründchen kommen will, wenn ich es richtig verstanden habe. Otto, also da wären wir schon zu dritt, wenn du es irgendwie einrichten kannst. Wie gesagt, wenn du einen Termin weißt oder wenn du sagst, nee, ist mir zu viel Aufwand, was ich voll verstehen kann. Weil da bist du ja wieder stundenlang mit dem Auto unterwegs, wobei der Kerl fährt halt gern. Und vor allen Dingen, ich habe den Eindruck, den 5N fährst du gern, oder? Nee, ich muss eigentlich sagen, manchmal würde ich den W6 GT vorziehen. Ach, aber vom Zustand, wie du ihn ausgeliefert bekommen hast. Ja. War er komfortabler oder noch sportlicher? Naja, es ansprechen und sowas. Das war komplett anders. Fahrwerk ist beim E5N spitze, gell? Ja. Aber ich muss sagen, Elektroauto mit Duvalo ist halt komisch. Kannst du das nicht umstellen? Gibt es da nicht verschiedene Programme? Nee, nee, das ist so. Und das ist ja auch das, ich sagte, dass die das geändert haben. Und das ist auch jetzt beim neuen E5 GT so. Also, um die Hardware zu schonen? Ja. Okay. Gut. Michael, verabschiedet sich. Kurz leichte Michael. Schlaf schön. Halt mir die Treue. Ähm, also, müssen wir abwarten, ob der Auto kommt oder nicht. 500 Bits vom lieben Thorsten. Danke very much. Verebojo Dimes. Der aber heute gar nichts sagt. Außer hallo. Ähm, aber da musst du nicht eingreifen, ne? Dann der Sven, unser IEX-Fahrer und Smart-Hashtag-Wand-Fahrer. Hat 100 Bits gechiert. Lieber Sven. Danke very much. Verebojo Dimes. So, der Wu-Shell hat im 36. Monat abonniert. Hat aber nichts dazu geschrieben. Lieber Wu-Shell. Danke very much. Verebojo Dimes. Dann der Jay Reich. Hat 200 Bits gechiert. Lieber Jay. Danke very much. Verebojo Dimes. Fellow I-Fahrer. Honey, Honey hat ein Foto da gelassen. Vielen Dank. Der KHDP ist im 34. Monat dabei. Hat einen Beeper gepostet. Danke very much. Verebojo Dimes. Der Philipp hat 200 Bits vermutlich von Mallorca ausspringen lassen. Thank you very much. Verebojo Dimes. Lieber Philipp. Sebastian hat ein Foto da gelassen. Vielen Dank dafür. Was ist das? Ist das was Wichtiges? Ne, ist wieder nur Wetter, oder? Okay. Wo sind wir denn? Genau. Sebastian, ein Foto. Vielen Dank. Dann der Gunnar ist seit 40 Monaten, nee, seit 26 Monaten dabei. Vor 40 Minuten hat er abonniert. Entschuldigung. Seit 26 Monaten dabei. Schon über zwei Jahre, lieber Gunnar. Tut mir leid. Thank you very much. Verebojo Dimes. Ein Strich für dich. Dann der Wolfram hat 100 Bits gechiert, lieber Wolfram. Thank you very much. Verebojo Dimes. Übrigens, deine Pralinen, ne? Die waren vom Wolfram, ne? Die Pralinen waren vom Wolfram und das Bier war vom Wolfram. Also muss ich wirklich sagen, ich bin ja normal kein Pralinen-Fan. Also so diese aus diesen Packungen, ne? Wo du die unterschiedlichsten Pralinen hast, die man kaufen kann. Aber die Pralinen jetzt, die sind wahrscheinlich aus einer Konfektor, wie heißt das, Konfessorie oder so ähnlich. Konfessorie heißt das so? Also Wahnsinn. Du kannst jede Praline essen. Das sind natürlich absolute Kalorienbomben, ne? Also da muss ich so vorsichtig sein. Ich habe gestern, ich glaube, drei Stück auf einmal gegessen. Es ist noch ein bisschen was übrig, aber hier, ne? Sollen wir dazu sagen. Aber gut, ich bin ja eh ein hässlicher Vogel. Da macht ein Doppelkinn auch keinen Unterschied mehr. Der Zorris hat im ersten Monat auf Stufe 1 abonniert. Zorris. Thank you very much. Ich habe ich ja überhaupt noch nie gesehen. Warst du schon öfter da? Vielen Dank für das Abo. Verebojo Dimes. So, dann der Wuschel. Ui, ich habe ja endlich genug Punkte, dass ich Michi auf den Boden schicken kann. Sehr witzig. Ganz toll, Wuschel. Kannst du stolz drauf sein. Unglaublich sowas. Aber gut, ich verzeihe dir. Und der Jürgen hat 100-Bits gechiert. Immer nett, dir zuzuhören, während ich mich beim Sim-Racing ärgern muss. Ich bin ja bei Low Fuel Motorsport immer noch gesperrt. 100-Bits vom Jürgen, der momentan mit dem Sim-Racing-Sportwagen über die virtuellen Rennstrecken zischt. Ah, der Zorris folgt viel auf YouTube. Die Zorris. Ach, du bist ein Mädel? Ja, weißt du, die behaupten ja immer, bei mir würden keine Mädels zuschauen, liebe Zorris. Aber natürlich habe ich einen Frauenanteil von so 75% ungefähr. Und 25% sind halt die Herrschaften, die ja immer frech zu mir sind. Und die 75% der Frauen, die wissen natürlich, wie sie sich vernünftig benehmen müssen. Weil das sind die besseren Menschen. Oh, ich habe es so drauf. Ich habe es so drauf. Ich habe mir mal meine Punkte für eine gemeinsame Aktion. Ah, also der hebt sich, der Dick hebt sich die Punkte auf, um dann rumkommandiert zu werden. Und du hast gesagt, du bist eine selbstständige Persönlichkeit, Dirk. Wenn du das wärst, würdest du jetzt einen Dieselmarsch oder einen einmal Bionity-Laden springen lassen. So, wir haben 200, 400, 600, 700, 1.210. Das sind 3, 4,5 sind 5 Millistütz von Punkten. Sehr schön. Und wir haben 6 Striche mal 1,5 sind 9. Kann ich im Kopf. Wunderbar. So, behaltet den Puls im Auge. Das müsste eigentlich funktionieren. Jawohl. Seht ihr, jetzt habe ich die Lösung gefunden, wie ich es hinkriege. Dass das Ding auch dauernd läuft. Dieselmarsch, na gut, würde auch so noch reichen. So, jetzt hast du dich von mir beeinflussen lassen, Dirk. Und hast bewiesen, dass du beeinflussbar bist. Also bist du als Kommunalpolitiker im Stadtrat doch die Idealbesetzung. Entschuldige, ich muss ein bisschen dich foppen. Dankeschön. Du darfst mir jetzt auch was aus Brot schmieren, Dirk, wenn du möchtest. Das war gemein von mir. Kurz hat er sich gemeldet, aber er hat nur kurz geschnauft. Falls du was gesagt hast, Dirk, behör dich nicht, ne? So, mach ich genug, schreibt der Dirk. Ah, er hat geschrieben. Wo ist mein Abo? Sagt er, mach mal hinne. Oh, das habe ich überlesen. Mach mal hinne. Du bist seit 23 Monaten dabei und schreibst, ein Mitglied beim eloquenten, kompetentesten und nettesten Streamer in Sachen Elektromobilität. Den Rest lese ich nicht vor, aber zur Strafe mach ich hier 5 oben drauf, ne? Weil ich dein, ähm, dein Abo überlesen habe. Einmal Ionity statt EnBW. Vielen Dank, lieber Lutz. Cobra-Werte, der hat mir auch schon mit Pumpen mal Michi-Stütz erlassen, ne? So ist er, der Lutz, mein Doppelgänger, mein Stunt-Double. Äh, na gut, wieder, ah ja, das hatten wir genau. Okay, mein Mikro war ja auf, das war mein Lachen, was leicht durchgekommen ist. Ah, verstehe, Dirk. Der Dirk hat gelacht. Wunderbar, da freu ich mich ja. Hab ja auch immer Angst, dass ich Gefühle verletzen könnte, ne? Aber ich glaub, so empfindlich seid ihr alle gar nicht. So. Also, 20 Stück muss ich machen. Beobachte den Puls, ob sich was tut. Ah, das reicht. 40 Stück müssen für heute reichen. Mal sehen, ob sich auch ein Puls auswirkt. Bisschen schnaufen muss ich. Gucken, was sagt der Puls? Ah, das geht aber noch. 119 maximal geht schon wieder runter. Das zeigt, dass ich fit bin, wenn der Puls schon wieder so schnell runter geht, ne? 119 max sagt er. Da war doch gerade ein Videoloop eingebaut von den Michi Stütz, ne? Äh, Angeber, ja. Buschel. Das mach ich jetzt nur für die, Moment, für die Zorris, ne? Und für die Heikes. Damit hab ich, glaub ich, alle weiblichen Zuschauer fast abgedeckt, ne? Jetzt hört ihr ein paar Seufzer. Norbert, tut mir leid. Ne? Ich kann nix dafür, dass ich sexy bin. Oh je, von hier sieht das etwas sass aus. Sass ist jugendsprachlich für Suspekt. Was soll ich da beim Puls tun? Da, aber du bewegst dich ja kaum, du Blödmann. Ähm, man hat eindeutig gesehen, dass der Puls hochgegangen ist. Von irgendwas Mitte 60 auf 119. Aber egal. Liebe Freunde, wir sind am Ende des heutigen Streams angekommen. Ich würde mal den Discord bitten, sich zu verabschieden. Tschö. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Chat. Gute Nacht. Also vielen Dank, lieber Discord, fürs Einschalten. Und wir werden jetzt den Simresor reden, wenn es denn geht. Der, ähm, mit der Maus und der Tastatur Simresing macht. Der also eingeschränkt ist, körperlich in irgendeiner Form. Und schneller ist, als wir alle zusammen mit unseren Simresing-Bemühungen. Also eine echte Inspiration. Ich bedanke mich bei allen fürs Einschalten. Frank ist auch noch gekommen. Vielen Dank, Frank. Ne? Deine, ähm, äh, Abo-Anzeige funktioniert immer noch. Ich sag, schön mit Ö, haltet mir die Treue und redet mit drüber. Der freut sich garantiert. Der hat 35 Zuschauer. Wie gesagt, richtig guter Simresor. Auf der Nordschleife unterwegs. Und auch unterhaltsam. Da könnt ihr ihm auch... Der hat auch so einen Eselsfilter, den man ihm, ähm, über die Facecam machen kann. Ne? Den gleichen wie ich. Der ist also technisch richtig gut drauf. Also Leute, ich sag, schön mit Ö. Wir sehen uns. Danke fürs Einschalten. Ihr müsst mal gucken, wie der Kerl fährt. Guckt euch das mal an. Das ist Wahnsinn.